Musik Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Action Kult. Die letzte im Jahr 2022, denn auch wir brauchen mal Urlaub und deswegen verheue ich heute nochmals ein kleines Schmankerl aus der Vergangenheit. Und das Timing ist auch gerade sehr, sehr passend. Turbine Medien hat vor einigen Tagen, vor einigen Wochen eine wunderbare Box zum Thema Nightrider rausgebracht. Die wohl Most Definite Edition Ever, da sind alle 90 Folgen Nightrider drauf, nochmals neu geschnitten. Zum ersten Mal ungeschnitten im deutschsprachigen Raum. Dazu die Spielfilme Nightrider 2000, kennt ihr, oder? Oder auch Nightrider 2010, kennt ihr auch, oder etwa nicht, falls ihr diesen Film nicht kennt und ihr wollt den mal mit mir besprechen, den 2010er. Meldet euch bitte, denn ich suche da noch einen Freiwilligen, der Bock hat, sich mit mir durch dieses, nennen wir es mal, Meisterwerk durchzuquatschen. Die ebenfalls auf der Box ist Team Nightrider, die komplette Serie, die komplette erste Staffel mit zig Folgen, keine Ahnung, waren es 20 plus, keine Ahnung. Es ist sehr lange her und die Qualität von TKR war ja damals schon generell sehr fraglich, aber es ist endlich da. Dazu hat die Box Sticker, Karten, Fahrzeugausweis von Michael Knight, falscher Presseausweis von Michael Knight. Ein Schmankerl nach dem Abend, dann ein 300-seitiges Buch über Nightrider. Also es ist eine großartige Box, ich habe immer noch unfassbar Freude daran. Und nein, dies ist kein gesponserter Post, das ist wirklich nur ein Fan, der gerade noch Freude hat. Und zum einen danke an Turbine Medien für diese unfassbar geile Box. Es war wirklich eine der coolsten TV-Serienboxen, die ich je gekauft habe. Also ich hatte noch wirklich noch, glaube ich, noch nie mehr Freude an sowas, auch was optisch ein absoluter Leckerbissen ist. Nein, ich bekomme kein Geld von Turbine Medien. Soweit sind wir noch lange nicht in unserer Beziehung. Das ist bislang eine One-Way-Relationship. Stimmt gar nicht, ich schicke den Geld, ich schicke mir Produkte, so läuft das. Für euch da draußen habe ich aber ein kleines Schmankerl von früher. Damals bei Fratzengeballer wollten der Sergej und ich eigentlich eine Serie starten, in welcher ich als alter 80er-Jahre-Serien-Nerd dem Sergej Pilotfilme alter Serien zeige. Der kannte nämlich praktisch keine alte Serie, der war kein Serienmensch. Der hat schon mit sechs Jahren die Arschbacken von Van Damme angeschaut. Liebe Grüße an dieser Stelle an die Arschbacken von Van Damme und dann Sergej. Aber das war für uns eine geile Idee eigentlich, mal anzufangen. Hey, wir nehmen mal den Pilotfilm von Nightrider, wir schauen den. Und ich bespreche den mit Sergej und dann schauen wir mal, was wäre denn laut Sergej weiter in der Serie noch passiert. Ich wusste ja von nichts. Und wir nannten das damals Pilotwatching. Wir haben es nur zur ersten Episode geschafft, das war Nightrider. Danach war Fratzengeballer Geschichte. Aber für euch bringe ich jetzt diese Episode einfach nochmals. Ich wünsche euch viel, viel Spaß mit Pilotwatching Nightrider von damals Fratzengeballer mit Sergej Jakov. Heute Nacht Programm. Ja, viel Spaß. Seid gegrüßt, liebe Actionfreunde. Und herzlich willkommen zu Fratzengeballer. Der Podcast für all die Lebenskünstler dort draußen, die sämtliche ihrer Lebensprobleme mit ihrem Auto lösen. Ich bin euer Renva Azubi Sergej. An meiner Seite wie immer der gute Schweizer Geheimagent Dominik. Guten Tag. Und ich freue mich, Dominik. Der Turnus, in dem wir uns zusammensetzen zum gemeinsamen Palabern, der ist ja ein bisschen geringer frequentiert. Ja, aber das hat ja Gründe. Es hat Gründe und umso qualitativ hochwertiger wollen wir diese Treffen gestalten. Denn umso mehr macht es ja dann Spaß, wenn wir wie heute, wie zum Beispiel, wieder über eine kleine Herzensangelegenheit sprechen. Ist es eine Herzensangelegenheit? Ja, irgendwie schon. Aber es ist noch viel mehr. Es ist noch viel mehr, ja. Wir wollen heute nichts Geringeres tun, als uns über eines der großen Kulturgüter unterhalten, die die Nerdwelt je als eine solche auserkoren hat. Und das ist nicht Star Wars. Und es ist nicht Star Wars. Es ist etwas, das selbst sogar meine Ehefrau korrekt benennen konnte. Mit Schauspieler und Inhalt. Wunderbar, wunderbar. Nein, die Idee war, müsst ihr jetzt wissen, zum einen, wir werden heute über Nightrider sprechen. Über den Pilotfilm. Die beiden Pilotepisoden im deutschsprachigen Raum. Zumindest sind es zwei. In den USA war es eine, soviel ich weiß. Und die Idee war eigentlich, dass der gute Sergej, der hat noch nicht so viele TV-Serien gesehen, aktiv im Fernsehen. Genau, ich bin ja bekennender, oder nicht bekennender, aber bekannte Kulturbanause, was bekannte Kultserien aus den 80ern angeht. Das ist ja alles mehr oder weniger bewusst oder auch unbewusst an mir vorbeigegangen, weil ich mich wichtigeren Cartoons gewidmet habe. Was auch wichtig ist, aber deswegen ist es für uns natürlich absolut Podcast-Gold. Bild, denn wir können jetzt den Sergej mitnehmen auf diverse Pilotfilme, die ich ihm immer mal wieder präsentieren will. Da wird noch eines auf uns zukommen. Und Anfang macht natürlich Nightrider. Genau. Und das wird jetzt quasi so eine Art neues Format, das wir hier einführen. Das ist quasi das Format, Onkel Dominik erklärt. Also ich sitze jetzt hier am Boden und der Dominik sitzt so auf seinem Sofa, ganz weiß am Kaminfeuer und erklärt mir dem kleinen Sergej so die Serienwelt. Genau, so in diese Richtung, ja. Und ich stelle schön naive, blöde, dumme Fragen, aus denen man vielleicht sogar manchmal was lernen kann. Und ja, ich meine, Nightrider, jeder würde es normalerweise kennen aus dem Sergej, deswegen wird es ganz spannend. Ich weiß ja schon, Nightrider, es ist doch das, wo dieses Team an Leuten sind, mit diesem großen, gewachsenen, afroamerikanischen Muskelberg, die irgendwelche Missionen vollführen oder wie war das? Er hat genau die richtige Sendung gesehen offensichtlich, das ist sehr, sehr gut. Nein, nein. Ich weiß schon, worum es geht. Also ich versuche mal, ich habe sogar heute extra einen Spaziergang mit meiner Frau, wie sie extra mal kurz konfrontiert. Verena, was weißt du eigentlich über Nightrider? Und sie wusste, ja, David Hesselhoff und Auto halt. Und ja, schau, jeder weiß, was Nightrider ist, oder? Jeder weiß, was Nightrider ist. Das ist eben geil. Das ist eben geil. Und ich werde jetzt auch mal versuchen, oder wir kommen jetzt gleich mal zum Inhalt, zu dem Ganzen. Aber vorher habe ich auch trotzdem ein kleines Quiz vorbereitet. Schön themengerecht, wir sprechen heute über Nightrider, aber vorher werde ich dir auch einen anderen Film präsentieren, in dem es um einen Mann und sein Auto geht. Und zwar unser Held, der, oder Held in Anführungsstrichen, begibt sich in die Autohalle, nachts um sein Auto, ähm, zur Kundschaft, oder möchte in sein Auto steigen, stellt aber fest, dass es völlig demoliert und zerbeult ist. Voller Dellen ist total schade, es wurde kaputt gekloppt. Er starrt sein Auto nur an, mit seinem lässigen, coolen Blick und sagt so, show me. Und plötzlich geht so eine leichte Jazzmusik los und das Auto bläht sich wieder in Neuwertigkeit auf. Also alle, du siehst so wirklich, wie sich alle Dellen plötzlich wieder gerade biegen und das Auto sich wieder perfekt, wie ein Neuwagen, aufrichtet. Punkt. Okay. Das ist der Film, den es geht. Und das werden wir auch am Ende klären, ob das vielleicht sogar ein Film wäre, den sich der gute Dumme gleich mal angucken könnte, wenn er ihn noch nicht kennt. Und das nach Knight Rider. So, jetzt, wie fangen wir an? Du, du führst mich jetzt durch. Ich bin hier der Noob, ich hab keine Ahnung. Du bist jetzt der Führer. Knight Rider. A shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist. Ja, ähm, herzlich willkommen zum Knight Rider Podcast. Das wollte ich schon lange mal sagen. Ähm, wie fangen wir an, Sergei? Wollen wir kurz die Episode besprechen? Was ist darin eigentlich passiert? Ich führ dich da jetzt mal mit durch. Oder willst du kurz über den Inhalt sprechen? Ich kann gerne über den Inhalt sprechen. Gib mal kurz deine vier, fünf Zeilen über was, worum geht's genau? Worum geht's? Also, ich möchte mal zuerst mal so ausholen, dass ich sage, ich hatte erstmal Probleme irgendwie, äh, das richtige, äh, quasi den richtigen Film oder den richtigen Content zu finden bei den Streamingportalen, weil ich kenne mich ja so schlecht aus. Es hätte ja auch passieren können, dass ich aus Versehen auf diesen Kinofilm von den Anfang der 90er hätte stoßen können und den für den Pilotfilm gehalten hätte. Ich glaub, der ist... Da musste ich mich ja schon mal vom Dominik ein bisschen leiten lassen und Screenshots schicken, ob ich denn auch beim richtigen Piloten gelandet bin. Ich glaub, den wunderbaren Kinofilm namens Nightrider 2000, der ist auf keinem Streamingportal zu finden momentan. Der lief aber mal, äh, im Rahmen von Schlefatz wurde der, glaub ich, mal gesendet und da hab ich ihn auch so nebenbei mal mitgenommen, aber wirklich nur nebenbei laufen lassen, nicht aktiv geguckt. Von daher kann ich jetzt auch nicht wirklich, äh, mich groß über den amüsieren, weil es schon viel zu lange her ist. Also, bei Schlefatz lief der, also, okay, spannend, sehr spannend, okay. Okay, kannst ja nachher dazu sagen, ob das gerechtfertigt ist oder nicht, aber jedenfalls, dann hab ich mich mal an Nightrider gewagt, an die beiden ersten Folgen. Ich hab ja, äh, keine Ahnung, in der Kindheit hab ich ja schon hier und da mal, äh, den David Hesloff gesehen, wie er mal, äh, durch, durch den Bildschirm ge, 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 geflitzt ist mit seinem, mit seinem, mit seinem Kuhsgerät. Aber du bist nie nach Hause gekommen und du wusstest, du musst um 15.45 Uhr ORF einschalten, weil dann Nightrider läuft. Nee, niemals. Das ist, äh, eher mal bei den, bei Oma und Opa gewesen und da ein bisschen rumgesappt, weil die irgendwie nicht die Sender hatten, auf die ich Bock hatte und dann, ich weiß nicht, lief's auf Kabel 1, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall bin ich dann halt irgendwann drüber gestoßen, ein bisschen reingeguckt, aber effektiv nichts behalten. Was man behält, ist eben das, was jeder weiß, der es nie gesehen hat, David Hesloff und, äh, eben ein, ein, ein cooler Sportwagen. Was ich natürlich, äh, am, erst noch mitbekommen hab, war, ich habe natürlich, äh, das Spiel auf dem NES gespielt, Nightrider. Also, da hat mich schon das Cover angemacht, da steht da so, so ein schnittiger Karren da auf dem Cover, auf dem NES und, äh, ich kannte natürlich den Titel. Ich dachte, hey, cool, das spiele ich jetzt, aber leider ist es ein ziemliches Scheißspiel gewesen, äh, das sich schlecht steuerte, wo du auch irgendwie in so einer Pseudo, äh, 3D-Grafik so aus dem, aus der Cockpit-Perspektive rumfährst und irgendwie Raketen verschießt und, und da geht's schon los. Okay, das frage ich nachher jetzt, was, was der Nightrider, was der Kid so alles könnte, kann, war ein Scheißspiel, aber komm jetzt doch mal zum eigentlichen, äh, äh, zu dem, zu dem Film in Anführungsstrichen, was ja eigentlich nur zwei normale Episoden sind. Der Film irgendwie deutlich länger ist, als die späteren Folgen, aber hier waren's ja einfach ganz normale Dreiviertelstunde, knappe 50 Minuten. Ja, aber, Moment, das war ja, glaube ich, nur bei uns so, in den USA war's eine Episode. War's das so? Das war ein Teper, ja. Ah, okay, gut, naja, gut. Jedenfalls, ich, 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 ich hab's mir angeguckt und da geht's schon los, die ersten fünf Minuten, ich war verwirrt, ich dachte, wo ist David Hasselhoff? Da war zwar ein Typ mit, mit Locken, der ihm verdächtig ähnlich sah, aber ich dachte, das ist doch nicht David Hasselhoff, was, 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 was soll das hier werden, kommt der noch? Und, äh, ich war dann schon erstaunt, ähm, über eine Serie, von der du glaubst, das alles zu wissen, im Sinne von, ja, ich weiß ja, worum's geht, ist halt ein Typ, äh, der halt mit, mit seinem Auto durch die Gegend cruist und das Auto kann tolle Sachen. Aber ich wusste tatsächlich nicht, dass, äh, die Figur des, äh, Michael Knight, wie er heißt, dass der tatsächlich, ähm, erst mal Opfer eines, eines Anschlags oder eines, einer Intrige geworden ist und sein Gesicht buchstäblich verloren hat und erst durch eine Gesichtsoperation zum hübschen Buben Hasselhoff geworden ist. Ja, das, das, ich hab, und das Witzige ist, ich hab diese Episode damals, äh, erst gesehen, nachdem ich schon das Hörspiel kannte. Knight Rider-Hörspiel, natürlich. Das, ja, die, das, ich bin damit aufgewachsen, das hat mir damals, meine Eltern haben das gekauft damals, ich war ein riesen Fan und auf dem Hörspiel war wunderbar, Kit in der Wüste zu sehen, das ist ein Riesenteil, das sind alle auf YouTube zu finden. Liebe Zuhörer, falls ihr nicht wisst, was ein Hörspiel ist, das ist ein Beziehung das gleiche wie ein Podcast, nur halt aus den 90ern, die Podcast der 90er und 80er. Genau, mit den Original-Synchronsprechern auch, größtenteils zumindest, und, äh, das war ein Highlight und dann diese Folge ein paar Jahre später auch mal zu sehen, das war für mich kein, ein Eye-Opener. Ich hab mir die Dinge anders vorgestellt. Hat dich das weggeflasht? Ja, ziemlich, ziemlich. Und, ähm, ja, wir sehen eben, äh, Michael Long, wie ist er? Genau, der bürgerliche Name erst mal. Ja, undercover, genau, undercover bei der gutbürgerlichen Arbeit. Bei der gutbürgerlichen Arbeit, ja. In Las Vegas, äh, ist da underground in einem Art Verbrechersyndikat, kann man vielleicht so nennen, das sind Wirtschaftskriminelle, die versuchen, durch Mikrochips, äh, Kasse zu machen, Gefirmen abzuzocken und, äh, ja, einfach, das große, den großen Reibach zu machen und, äh, der gute Michael Long will das verhindern, ist sein Partner Munzi, da von Las Vegas vor Ort und, was dann passiert, ja, Munzi wird erschossen, Michael, äh, verfolgt die, die böse Verbrechertruppe um die Tamiya. Der Munzi, der hat mich irgendwie die ganze Zeit an OJ Simpson erinnert. Hatte was, hatte was von OJ, absolut, ja, ja, ganz klar. Von, 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 nackte Kanone hier. Ja, und was dann hat es in der Wüste, äh, Michael wird überrumpelt, äh, effektiv, dass die Dame, die eigentlich ihm, äh, dachte, sie ist quasi seine Verbündete, die richtet die Waffe gegen ihn, schießt ihm ins Gesicht und er bleibt vermeintlich tot in der Wüste liegen. Und da dachte ich mir auch, ach, die schießt ihm im Gesicht, aber der überlebt, wie soll denn das hier jetzt gehen, aber glücklicherweise wird das dann ja auch geklärt. Der wird ja, äh, aufgelesen von einem zufällig vorbeifliegenden Hubschrauber, wenn ich das richtig verstanden habe. Nee, nee, der war nicht zufällig. Das war, das, das haben sie nicht ganz gut erklärt. Also, das war ja die Knight Foundation, der, äh, Wilton Knight, der wusste, dass dieser Michael Long da im Einsatz ist und dass er der Mann ist für sein neues Projekt. Warum die aber wussten, wo er genau jetzt, äh, in der Wüste liegt, das ist mir unentschlossen. Das weiß nur Kit und der, der Michael Long fährt ja bereits zu Beginn der Folge einen Trans-M, da müssen wir auch noch später drüber sprechen. Du kennst dich bestimmt mit Autos besser aus als ich, von daher nur zu. Das war, es war, es war das Modell eigentlich, hat ein bisschen andere Farbe gehabt, ein bisschen Gold drin, irgendwas noch, aber das hätte Kit sein sollen, nehme ich an. Und, ähm, ja, dann wird der gute Michael von dieser Foundation, es ist so eine Institution, die Verbrechen bekämpft, die aber nicht für den Start ist, eine Privatschule, privates Unternehmen. Ähm, ja, wir versuchen dann einfach hier quasi, äh, wo die Polizei nicht weiter weiß, sie können noch helfen und haben... Aber das heißt, die haben quasi irgendwie die Polizei bespitzelt und geschaut, was haben die da für fähige Männer und, äh, ach, der mit den Locken, der ist irgendwie besonders kompetent, den könnten wir eventuell da mal rausziehen für unsere, für unser Projekt. Ich nehm's mal an, dass da, man könnte das Ganze ganz sehr viel weiterspielen, dass da wohl im Psychologsprofil angefertigt wurde im Hintergrund und, äh, dieser Michael Long, der hat was, äh, können wir brauchen, der hat alles. Ein Mann und sein Colt, ja. Ein Mann, genau. Ja, also das fand ich dann schon lustig, dass die mit so einer, äh, Gesichts-OP-Geschichte kommen, weil ich dachte, normalerweise ist das ja so ein komisches, äh, so, so ein komischer, erzwungene, reingeschriebene, geschriebener Plot-Twist, wenn den Leuten plötzlich die Schauspieler ausgehen, dann wird plötzlich irgendeine Gesichts-OP irgendwie reingeschrieben, dachte ich. Das, das hat sich auch komisch angefühlt. Ich hab auch das Gefühl, dass irgendwie der Schauspieler ursprünglich, der am Anfang den Michael Long gespielt hat, dass der, äh, viel zu früh gehen musste, weil, warum sonst? Hast du plötzlich in der letzten Szene, wo, äh, Michael Long bedroht wird, sein Gesicht nur im Schatten gesehen. Das fand ich sehr auffällig. Er hat die ganze Zeit bloß... Ja, das, und, das haben sie, ich fand das noch spannend, das war, das war schon Hesselhoff dann. Das war schon Hesselhoff, aber, ja eben. Wahrscheinlich hat der Schauspieler gefehlt. Das hab ich, ich hab das in meinen Szenen, äh, in meinen Notizen irgendwo drin, ähm, die mussten, um das Ganze in der Wüste noch ein bisschen besser zu erklären, mussten, mussten ein paar, äh, weitere Aufnahmen gemacht werden, als die Episode eigentlich schon durch war. Die haben das Ganze schon abgedreht und die merken, hey, ihr fehlt einfach noch was. Ach so, es fehlt die Szene, wo der Typ angeschossen wird, sonst weiß doch keiner, warum er nachher im Bett liegt, oder? Da hätten sie doch früher drauf kommen können. Ja, genau. Also, der, 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 Larry, Larry Anderson hieß der andere Schauspieler übrigens. Hat der jemals was danach gemacht? Ich meine, ist doch eigentlich total scheiße, er hätte eigentlich Kultstatus gehabt, aber, nee, wurde ja nix. Du, äh, ganz ehrlich, allein schon mit dem Namen Larry Anderson, das ist nicht gerade der geilste Name der Welt irgendwie. Da ist, David Hesselhoff ist ein bisschen einprägsamer, muss man schon sagen. Nee, aber ganz ehrlich, ich fand das sehr, also er passt und auch, dass der Typ, das sah schon ein bisschen aus wie Hesselhoff. Das war nicht komplett ab der Welt, dass das nicht hätte sein können, von irgendeiner Art und Weise. Äh, äh, also was mit den Haaren, die Haare haben. Die Haare waren identisch, deswegen fand ich es sehr auffällig. Moment mal, das ist doch die Serie mit dem Hesselhoff, was macht jetzt dieser andere Lockenbube da? Aber gut, es wird ja erklärt, es war scheinbar wirklich so gewollt, dass der Auftakt der Geschichte, dass ein Kerl irgendwie sein Gesicht verliert und umoperiert wird, muss, damit ein neues Leben starten kann, damit dieses ganze Projekt auch Sinn macht. Genau, genau, genau. Ja, und was danach passiert, der gute Michael wird aufgepäppelt von der Foundation, ist in hartem Training, joggt wieder frisch, fröhlich mit deinem Gesicht durch die Gegend. Kurz, ganz ehrlich, das hätte jetzt eigentlich auch genauso gut der Auftakt sein können für 6 Millionen Dollar, Mann. Das wäre doch auch so eine Serie, mit der du wahrscheinlich noch mit mir sprechen möchtest, oder? Ja, ganz ehrlich, ich habe die selbst nie wirklich gesehen. Ach so gut, ich hätte es angenommen, dass das auch so eine Serie ist, die man einen Atemzug nennt, zusammen mit A-Team und eben Knight Rider, aber gut. Meine Fernsehbildung ist von dem, was auf RTL Plus, ORF und so deinst damals gelaufen ist. Wir können gerne mal auch über Love Boat sprechen. Love Boat. Ich habe da, glaube ich, erst neulich bin ich da im Fernsehen drüber gestolpert. Ich fand es so wirklich spektakulär langweilig und habe dann weitergeschalten. Aber vielleicht ist da mehr dran, als ich auf den ersten zwei Minuten hätte, bei den ersten zwei Minuten hätte sagen können. Ich glaube, wenn du, wenn man sich auf diese Serien einlässt und anfängt darüber zu lesen, wie das entstanden ist, dann ist... Ja, bestimmt, bestimmt ist doch irgendwie Dallas ganz toll oder reich und schön, aber komm ey, komm. Ne, das, das, also reich und schön, danke, also... Oder wie mein Bruder und ich das immer verächtlich genannt haben, arm und hässlich. Oder das ist ja nämlich auch eine Serie, die man bei Al Bundy immer genannt wurde. Da wollte Massi immer die Serie gucken, irgendwie alter Mann, ältere Frau. Das sind für mich so diese Serientitel, die ich niemals gucken wollen würde. Aber ich habe, was hat dann Al Bundy immer geschaut? Psycho, Psycho, Psycho Man, Psycho Dad, Psycho Dad, Psycho Dad, Psycho Dad. Psycho Dad, Psycho Dad. Der Al Bundy Podcast kommt auch noch irgendwann, den werden wir irgendwie reinmogeln. Da müssen wir irgendwie unter Action abbuchen, aber ja. Jedenfalls, der gute Michael Long, der trainiert ist auf diesem Anwesen, dieser Foundation, macht sich da wieder fit und entdeckt dann, dass irgendwelche Arbeiter immer in so eine große Lagerhalle reingehen und er fragt sich, was ist denn da drin? Würde ich mich nie fragen, weil mir wäre es egal. Aber der gute Michael Knight, so heißt er nämlich, der hat sich gedacht, hey, ich schleiche es da mal rein. Das fand ich irgendwie komisch. Also ich dachte, Moment mal, jetzt kommt schon der Moment, wo er irgendwie sich mit seinem Auto anfreundet oder es zum ersten Mal sieht. Das fand ich irgendwie ein bisschen plump reingeschrieben. Aber dann... Ja, ich finde, sie haben das sehr gut gelöst, denn er bekommt eine Konfrontation mit einer Maschine, die noch kein Gesicht hat oder eine Stimme oder sonst was. Einfach nur ein Monster, das mit einem komischen roten Licht vollgashaftig zufährt. Und ich fand das als Kind schon saubeeindruckend, dieses rote Lauflicht. Von der Inszenierung her war das dann irgendwie... Das war dann schon cool. Das war ja auch letztlich eingefädelt von diesem, wie nennt man das, Institut oder Organisation, was auch immer das ist. Das ist ja letztlich eine geheime Organisation wie, keine Ahnung, das MIIMF bei Mission Impossible oder wie heißt das, wo James Bond arbeitet? MI6, genau. MI6, das ist aber ein Geheimdienst, den es auch gibt, Sergei. Einfach, was du es weißt, den gibt es. Den MI6, den gibt es. MI5 gibt es auch. Okay, ich sehe, ich lese zu wenig Thriller-Romane. Oder schaue zu wenig Nachrichten, keine Ahnung. Aber nee, war mir nicht bewusst, dann habe ich jetzt wieder was gelernt. Oder du hast mich jetzt gerade verarscht. Das kann man übrigens sogar... Ich werde es nachher... Warte, ich scheiße mir jetzt hier auf. Deswegen habe ich auf dem Spiel meinen Kugelschein vorbereitet. MI6. Gut, so. Da lässt du mir was, Sergei. Das ist hier Bildungsunterhaltung, unser Podcast. Ich weiß nicht viel, aber ich weiß Geheimdienste und Nightrider. Jedenfalls, der gute Michael bekommt dann Besuch vom Devin und vom Wilton Knight. Die haben nicht gemerkt, dass er in diese Lagerhalle geschlichen ist. Und Michael wird dann mitgenommen auf eine kurze Rundfahrt mit dieser schwarzen Maschine. Wenn du das Ding im Englischen schaust... Und das habe ich getan. Dann sitzt Michael ins Cockpit und sagt einen supergeilen Spruch eigentlich. This looks like Darth Vader's bathroom. Das finde ich einen ziemlich geilen Spruch. Was hat er im Deutschen dann gesagt? Wie haben die das ins Deutsche gerettet? Weil eigentlich ist das ja zu übersetzen, aber manchmal sind die auch zu doof dafür. Sie haben es nicht so gemacht. Was hat er gesagt? Das sieht aus wie die Ineinrichtung von einem deutschen Pornoregisseur oder so. Ich weiß nicht. Scheiße, ich habe das schon oft gesehen. Ich weiß nicht, ich habe das schon oft gesehen. Das sieht aus wie... Also ich muss sagen, ich habe ja rumgeswitcht. Ich wollte ja beides sehen. Ich dachte erst mal, kultige 80er-Serie. Ich fange mal mit Deutsch an. Dann habe ich doch mal auf Englisch geswitcht. Ich grüße jetzt gerade mal Dominik B. aus R. Der Punkt, der wird sich anhören und wird sagen, oh Hug, warum hast du das nicht gewusst? Du bist so peinlich. Und das wird er mir auch dann per WhatsApp schreiben. Das ist ganz klar. Ist okay. Ich nerve mich sehr. Das ist jetzt gerade mir entfallen. Du googelst doch schnell. Wir haben noch alle Zeit der Welt. Das kommt doch immer gut an bei Podcasts. Neben meinem Google. Ja, die lieben das. Wenn man googelt. Michael Knight Kitt darf Vader's Bathroom... Deutsch. Deutsch. Hey, Kopfdeckel, Schießdreck. Ey, ich... Sorry, Serge, ich finde es... Ich glaube, du musst hier ein bisschen was schneiden. Schneiden werde ich sowieso. Du hättest ja auch ruhig jetzt mal die DVD anschieben können, es dir ruhig so angucken können. Also irgendwie, wir haben alle Zeit der Welt. Ich schneide es dann alles. So ist nicht so. Okay, ich lasse... Dann gib mir kurz die Sekunde. Machen wir das. Wir wollen doch einen qualitativ geilen Podcast raushauen. Willkommen bei Podcasts 9. Willkommen bei Podcasts 9. Danke. Was ist das? Das ist alles. Sieht aus wie in einem Cockpit. Sieht aus wie in einem Cockpit. Sieht aus wie in einem Cockpit. Das ist alles, Sergei. Es ist so traurig. Diesen Aufwand, den wir gerade betrieben haben, nur um zu sehen, was die Deutschen aus einem Originaltext machen. Und zwar was total unspektakulär langweiliges. Dabei sind wir so viel Besseres und Cooleres und Kreativeres von Deutschen sind groß, gerade aus den 80ern gewohnt. Nicht jedoch bei TV-Serien scheinbar. Ja, aber Moment. Also etwas muss man dann schon lassen. Die haben für... Die haben für... Die für Hasselhoff und Edward Mulherr und wie die alle heißen hier, die haben richtig gute Sprecher gefunden. Das hat man damals noch gemacht. Also Andreas van der Maiden, der David Hasselhoff auch später in Baywatch gesprochen hat. Der hat... Diese Stimme würde ich immer erkennen. Das ist einfach Gottfried Kramer, der später Kids sprechen wird. Einfach das... Gottfried... Das ist doch auch der, der Spock spricht. Leonard Nimoy, oder? Oder irre ich mich? Ist das? Also ich... Ich hatte es ange... Ich habe es jetzt nicht nachgegoogelt, aber ich glaube, die Stimme, die war sehr ähnlich. Das ist doch Spock. Das hast du... Also heute ist Google-Time, meine lieben Zuhörer. Der R hat gesprochen... Nein, das ist nicht Spock. Okay, gut. Aber er klingt sehr ähnlich. Deswegen hast du auch kurz googeln wollen, ne? Ja, Spock ist Vulkan. Ja, Kind ist Roboter. Das ist sehr ähnlich. Deswegen ist es... Ja. Ja. Oh, ich bin so gespannt, wie du das Ding schneiden wirst, Sergei. Du armes Schwein. Da war für mich Fist of Legend mit dem Internetproblem eine höhere Herausforderung als das jetzt. Gut. Jedenfalls. Wollen wir fortfahren? Ja, gerne. Ja, guter Stichwort. Die sind ja schon losgefahren. Wir müssen jetzt hinterherkommen. Wir fahren fort. Wir fahren fort. Da Michael düst mit dem Kit raus. Devin sitzt... Devin ist so der... Was ist das? Das ist so der... Der kümmert sich ums Tagesgeschäft der Foundation. Ja, der... Kann man so sagen. Das ist nicht der Chef. Noch nicht der Chef. Ja, aber der versucht halt irgendwie so, dass es läuft. Der Chef ist... Ja, aber wer ist denn der Chef? Genau. Der Mann, der am Steffen ist der Michael. Er wird ja dann zum Chef. Sozusagen. Genau. Er wird zum Chef der Foundation danach. Wird so am Anfang... In dieser Piloten nicht ganz beschrieben irgendwie. Man spürt es einfach raus, dass der... Er ist quasi dieselbe Figur wie... Wie heißt sie nochmal? M. Genau. M. Ja, SM. SM. SM, ja klar. Und... Ja, so. Michael bekommt nach der Fahrt erklärt, was dieses Auto eigentlich alles kann. Dass es sein Leben schützt. Dass es generell menschliches Leben schützen soll. Aber ganz spezifisch sein Leben schützen soll. Das ist ja eigentlich wunderschön. Wenn man sowas hat. Etwas, das ich schützen will. Da sind wir beim Punkt. Da habe ich schon... Den fand ich schon spannend. Also ich glaube wahrscheinlich hat sich die Serie jetzt da nicht groß darum Gedanken gemacht. Vielleicht passiert es ja noch im Laufe der vier Staffeln. Aber jetzt möchte ich mal vorgreifen in die späteren Episoden. Wie ist es denn bei dem Thema KI und Menschenleben schützen? Mir ist es gekommen bei der Szene, wo er auf den Lastwagen zugefahren ist. Und dann die Debatte entstand. Soll sich das Auto dafür entscheiden, langsamer zu werden? Oder um den Lastwagen herumzufahren? Also das Auto trifft ja Entscheidungen. Und ich denke, genauso muss es ja später Entscheidungen treffen. Wenn es darum geht, irgendwie eine Person ist im Weg. Und man muss ihr ausweichen. Aber dann ist die Frage, will man jetzt irgendwie in den Tod stürzen? Oder muss man es in Kauf nehmen, die Person zu überfahren? Oder noch viel schlimmer. Man muss sich jetzt entscheiden zwischen, überfahre ich jetzt die alte Dame? Oder überfahre ich jetzt das kleine Kind? Und da würde man natürlich anfangen zu sagen, ja die alte Dame überfahren wir jetzt lieber. Weil die hat jetzt ja geringeren Lebenswert. Aber was ist, wenn jetzt das Kind irgendwie eine Glatze hat und offensichtlich irgendwie an Leukämie leidet? Soll ich dann lieber doch lieber das Kind überfahren? Das sind jetzt so diese ethnischen Fragen. Willkommen zum Tesla-Podcast von Elon Musk. Ich habe in letzter Zeit sehr, 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 sehr oft irgendwie Richard David Precht gehört, der über genau das Thema schwadroniert hat. Und da dachte ich mir, das wäre eigentlich spannend gewesen, auch damals es bei Nightrider reinzupacken. Und deswegen die Frage, kommt es im Laufe der vier Staffeln zu genau solchen Problemstellungen? Nein, dafür ist die Serie doch eine simple Action-Serie, die ich primär unterhalten will. Du bekommst, es gibt, Kid wird diverse Male umprogrammiert von Gegenspielern, um ihn auch gegen den Michael einzusetzen. Und schlussendlich siegt auch Kids Menschlichkeit auch immer wieder über die Programmierung irgendwie. Das hast du ja vielleicht schon im Piloten bemerkt, vielleicht noch nicht wirklich. Aber Kid ist für einen Computer sehr, sehr menschlich. Ja, ja, es heißt ja auch, Kid hat sich deswegen dazu entschieden, den Lastwagen zu fahren, weil er Michael, den Fahrer, beeindrucken wollte. Er wollte ein bisschen angeben. Er wollte ein bisschen angeben. Ich bin auch launisch, das passt mir sehr. Das finde ich sehr schön. Hast du dich identifizieren können. Ja, absolut. Ich hätte nur gemeint, wenn man es Nightrider heutzutage remaken wollen würde, dann wären das zumindest Themen, die man wahrscheinlich eher aktueller sind und auf jeden Fall einbauen würde, eben diesen ethnischen Part. Okay, darüber sprechen wir noch. Das kommt nach der... Okay, okay. Da kommen wir noch dazu. So, Michael erfährt, dass das Auto kann und kaum kommen sie zurück, stirbt dann auch schon der... Zurück zur Foundation stirbt auch schon der Wilton Knight. Hat eine berührende Abschiedsszene, die ich von Richard Basehart, dem alten Mann, sehr gut gespielt fand. Und, da müssen wir jetzt auch noch drüber reden, den David Hasselhoff. Ich fand einfach, der machte hier einen sehr guten Job. Und ich... Der ist einfach in erster Linie überzeugt einfach als Schambolzen. Also, ich könnte jetzt nicht sagen, dass er jetzt ein großer Charakterdarsteller wäre und es ist auch die Rolle oder das Drehbuch hat es nicht unbedingt das von ihm abverlangt, aber er ist vor allem irgendwie so ein Sunnyboy und so ein charmanter Kerl und das konnte der David Hasselhoff gut rüberbringen. Ja. Hast du dir zwischendurch die Frage gestellt, wer eigentlich sonst zu der Zeit irgendwie sinnvoll hätte gecastet werden können, was theoretisch noch hätte möglich sein können? Mir ist zumindest ein Name eingefallen, wo ich dachte, irgendwie sehe ich den auch in der Rolle, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie zu beknackt ist. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie es ausgedeckt hätte mit dem anderen, vielleicht Dirk Benedikt, der später im A-Team den Faceman gespielt hätte. Ja. Oder wie ist es mit dem, der der Magnum gespielt hat? Tom Selsack? Tom Selleck. Hast du gerade Tom Selsack gesagt? Das ist Tom Selleck. Nee, das ist doch jemand anders. Das ist Selsack? Selleck, ja. Tom Selleck? Ja, Tom Selleck. Ich weiß nicht, wo habe ich Selsack her? Keine Ahnung. David Selsack, das ist irgendwie Filmproduzent aus den 50ern. Stimmt, ja, stimmt. Ja, ja, nee, nee, nee. Du, ganz ehrlich, es wurde Hasselhoff und wir können glücklich sein, dass es so geworden ist. Können wir, aber nur mal der Kuriosität halber, ein Name, ein Gesicht, das mir die ganze Zeit dabei rumgeschwirrt. Ich dachte irgendwie, irgendwie hätte auch Michael Dudikoff da gut reingepasst, oder? Der hat ja seinen Nightshry in den 90ern gehabt mit, wie hieß es noch gleich? Cobra. Cobra. Ach ja, ist er mir vorbeigegangen. Ich dachte nur, der Dudikoff hat auch so diesen hübschen, bübischen Charme, nicht ganz so die tollen Locken, aber ich habe irgendwie, die haben irgendwie ähnliches Antlitz. Aber du hast völlig recht, der Dudikoff, der hätte das sehr gut machen können, ja. Das hätte sehr gut gepasst, das hätte sehr, sehr gut gepasst, das stimmt. Gut, das ist natürlich unrealistisch gewesen damals, aber ich wollte nur sagen, dieses Gesicht ist mir die ganze Zeit irgendwie, Dudikoff ist mir irgendwie rumgeschwirrt, aus irgendeinem Grunde, weil ich dachte, irgendwie hätte er das auch irgendwie gut hinbekommen können, in einer Welt, wo David Hasselhoff nie geboren wurde. Der meinte Dudikoff dann Nightshry geworden, ja, warum nicht? Ich hätte es mir angeschaut, ja, auf jeden Fall. Wir hätten uns, ganz ehrlich, aber das Verkaufsaukument war auch letztlich nicht David Hasselhoff, es war auch letztlich das Auto. Das war doch letztlich der Grund, weshalb man, man hat ja nicht gesagt, ey, wir brauchen eine neue Filmedee da in dem Produzentenlabor. Man hat sich nicht gedacht, wir brauchen jetzt irgendein Vehikel für Michael Dudik, äh, für David Hasselhoff, sondern man hat sich gedacht, wir brauchen jetzt irgendwo, wir haben jetzt eine geile Serienidee, wir wollen jetzt dieses Auto mit der KI und wir müssen jetzt irgendeinen finden, der das fährt. Aber letztlich ist ja das Auto das Verkaufsaukument. Das Verkaufsaukument war das Auto, darum ging es letztlich. Und David Hasselhoff war jetzt eine glückliche Fügung, man hat da den passenden Darsteller gefunden für die Idee. Ja, und zwar, es war eine sehr gute Fügung. Der Hasselhoff, der war zuvor in einer Serie engagiert, ähm, ach Gott, wie hieß es noch schon hier bei uns? Ähm, ähm, der Young and the Restless hieß in den USA bei uns, was Schatten der Leidenschaft. Ja, es war Schatten der Leidenschaft, genau. Ja, der war da über mehrere Jahre engagiert. Ja, das ist so ein typisches Soap. Schatten der Leidenschaft. Das ist, das musst du nicht kennen. Das ist, das lief wohl Anfang der 90er Jahre, nachmittags um zwei auf Sat 1 oder sowas. Das sind die Serien gewesen, weißt du? Das sind die Serien gewesen, die damals vor allem ich als kleiner neunjähriger Bub auf jeden Fall eiskalt weggeschalten habe. Absolut, absolut, absolut. Und Jabba hat sich da einen Namen gemacht und, äh, ja, kam dann von da irgendwie zu Night Trader. Ja, und das ist für ihn ganz sicher nicht schlecht. Ich hab, ich hab vor ein paar Wochen noch David Teslas Biografie gelesen. Ach was? Der hat eine Biografie, die heißt, wunderbaren deutschen Titel, im Wellengang meines Lebens. Ein Mann und sein Auto. Nee, 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 er versucht es ja. Das Schlimme ist für ihn, er wird reduziert auf, auf drei Dinge, auf ein schwarzes Auto, auf eine rote Badehose und auf einen Hamburger. Ja, das ist traurig eigentlich. Das ist definitiv. Nee, nee, und, und er war Präsident der Vereinigten Staaten in, äh, Alarmstufe Rot 2. Da, kennst du die, die PC, äh, Strategiespielreihe, da haben sie ja auch, da haben sie ja auch oft irgendwie, äh, echte Schauspieler gecastet, auch für andere Spiele. Für Malcolm McDowell und alles mögliche. Ja, ja, aber ganz ehrlich. Und darum haben sie auch eben David Hesloff mal gecastet für, für, äh, äh, Alarmstufe Rot 2, wo er den Präsidenten der Erde spielt. Ja, aber da hättest du jetzt eh noch gesagt, das ist auch dafür bekannt, dass er die, die Berliner Mauer zum Einsturz gebracht hat. Aber auch das sind Dinge, die, äh, das ist eigentlich schon sehr unfair, wenn du für das bekannt bist, dass du ganz bekannt sein willst eigentlich, das schon hart. Ja, genau. Aber das ist auch ein Thema, das ich noch nie so richtig ganz erörtert habe. Äh, äh, David Hesloff und speziell Deutschland und der Mauerfall, wie kam es dazu? Also zumindest die Popularität in Deutschland kann man sich natürlich durcherkennen, weil die Deutschen irgendwie sehr, sehr große Autoliebhaber sind. Okay, ja, ja, äh, okay, ich erkläre es dir mal so. Die Serie kam in Deutschland natürlich gut an, hervorragend, Österreich ebenso, Schweiz auch. Ähm, es war dann so, dass der gute David Hesloff, der hat dann in den 80er Jahren in den USA mal ein Album aufgenommen, ein Rockalbum. Das hieß Night Rocker und ist überhaupt nicht gelaufen damals. Hat keine Sau sich dafür interessiert. Und dann bekam der gute David so 1988 rum oder so mal einen Anruf. Äh, oder nee, es war, es war ein, Hesloff hat sich sehr für kranke Kinder engagiert. Und dieses Kind hat ihm dann gesagt, du bist, in meinem Land bist du die Nummer eins, die Nummer eins Sänger mit deinem Album. Also, welches Land bist du, wo kommst du her? Austria. Und Hesloff hat so Globus genommen, what the fuck is Austria? Und hat dann ganz, ganz schnell eine spontane Tour organisiert. Und hat da einfach mal... Der hat wahrscheinlich erstmal da irgendwo in den Pazifik geguckt und Australien gesucht oder so. Ja, wohl schon, ja. Und war überrascht, war Nummer eins in Österreich. Hat dann spontan ein paar Konzerte da gespielt, eine Minitour gemacht. Ein Produzent hat das gesehen, hat gesagt, hey, ich hab jetzt einen Song für dich. Und zwar auf der Straße nach Süden, hieß der Song im Deutschen, glaube ich. Und ich hab den mal ein bisschen umgemodelt in Looking for Freedom. Du singst das jetzt und wir machen da einen riesen Fass auf. Weißt du, woran mich das auch erinnert? Das erinnert mich an Sugar Man, der Typ, der in Südafrika bekannt war, obwohl er es gar nicht wusste. Ja, Sugar Man ist eine großartige Story, liebe ich in meiner Lieblingsdokuss. Leute, guckt sie euch an. Oh, noch großartige Musik. Searching for Sugar Man von und mit Sister Rodriguez. Rodriguez, genau. Ganz, ganz cooles Ding. Ne, und so ist das passiert, dass der hier einfach so ein riesen Star wurde. Dann halt noch dieser ganze Hype, dieser USA-Hype, dieser Sonnyboy in den USA, cooles Auto, tolle Musik, das Theme von Nightrider, das kam hier halt überall so gut an, ja. Selbst das kannte ich, das kannte ich, obwohl ich sonst nichts wusste, ne? Natürlich kanntest du es. Wollen wir es nochmal zurückbegeben in die Pilot-Episode? Genau, wir haben uns irgendwie ein bisschen sehr weit weg entfernt. Von einer Tangente zur nächsten. Der Wilton Knight stirbt und hinterlässt einen Satz, den die Serie eigentlich komplett beschreibt. One man can make a difference. Ein Mann kann etwas verändern. Und ich fand die Szene, die Sterbesszene von Wilton Knight fand ich ganz groß. Immer noch so, das ist einfach vielleicht die beste schauspielische Szene in der ganzen Serie vielleicht sogar. Kannst du nicht sagen? Auf mich hat sie jetzt irgendwie nicht so kraftvoll gewirkt. Vielleicht habe ich der Szene jetzt nicht den nötigen Respekt oder das Bewusstsein geschenkt. Aber was ich grundsätzlich sagen kann, ich muss ja zugeben, ich habe mich auf Trash eingestellt. Ich habe wirklich so gedacht, von dem, was ich auch so gehört habe von Leuten, die ich in Podcasts höre, die meinten so, oh, ich habe mir neulich mal wieder probiert, Knight Rider anzugucken. Ich dachte mir so, boah, das fand ich früher gut, das geht ja heute gar nicht mehr. Und ich habe halt gedacht, dass es so ein totales Fremdschänerlebnis sein wird. Aber eigentlich war das eigentlich relativ ernst zu nehmen. Eigentlich konnte auch ernst genommen werden für ein Stück weit. Also es war nicht der Trash, den ich erwartet habe. Also es war schon mal eine positive Überraschung. Du wirst, wenn du die Serie weiterschauen würdest, auf kommendes Sprechen, da gibt es Folgen, die musst du nicht sehen. Nervende Gaststars mit quietschigen Stimmen. Teilweise, es gibt wirklich doofen Episoden, ganz ehrlich, die kann man gleich skippen. Aber du findest immer noch die Perlen da. Und man kann sich jederzeit mal eine Folge Knight Rider geben, aber ich kann es nicht binge-watchen zum Beispiel. Also ich kann, du findest mich nicht mehr, wenn ich mal mit Grippe zu Hause sitze und ich da mir vier Folgen Knight Rider reinpfeife, das passiert nicht mehr. Das geht nicht. Aber mal ein, wenn ich Bock habe, hey, diese eine Episode, die war damals cool, coole Musik, ich schaue dir noch was an. Das geht gern mal, ja, das kann man machen. Und die gehen ja auch sehr, sehr, wenn ich das richtig verstanden habe, sind die sehr autark. Also das ist keine fortlaufende Handlung, sondern immer jede Folge ein neues Abenteuer. Relativ, es gibt minimale... Ja, ganz los, da gibt es ein paar wahrscheinlich Charaktere, die dazukommen, bleiben. Das kenne ich auch von anderen Serien. Darauf kommen wir zum Schluss zu sprechen, was dazukommen wird. Ich gehe damit hier noch durch danach. Okay. Wir fahren mal weiter. Wir fahren weiter, das ist so unser Ding gerade. Da Michael, also Wilton stirbt, Michael sagt, ich nehme jetzt mein Auto. Wir haben herausgefunden, diese Tanja und ihre Gang, die sind in Silicon Valley jetzt und machen da ein neues Ding und ich gehe jetzt da hin. Ich nehme das Auto mit und wenn ihr es mir nicht gebt, nehme ich halt ein anderes. Mir ist scheißegal, ich gehe jetzt da hin und mache den den Gar aus. Und Devin, nett wie ist, nimmt sie das Auto quasi, hat er es auch nicht gesagt, er nimmt es einfach, ehrlich sind. Bekommt noch Kreditkarten von ihm. Also du weißt, man sieht da schon, okay, er hat einen Support von Devin eigentlich. Obwohl die beiden sich noch nicht so gut mögen. Aber da, Knight sagt ihm sogar noch, irgendwie mag ich sie. Und das, man sieht schon, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft eigentlich. Das merkt man schon da, um noch auf Casablanca sprechen zu kommen. Michael fährt dann los nach Silicon Valley und dann macht er mal Bekanntschaft mit KIT. Nicht mit dem Auto nur, sondern auch mit der Persönlichkeit. Denn der Michael fragt, dieses Auto, das kann ja alles, aber ein Radio finde ich irgendwie nicht oder sowas. Und geht einfach, was möchte ich. Da würde ich gerade zocken. Genau. Was wollen sie denn hören? Und ja, Michael, zuerst mal geschockt, bekommt eine Erklärung. Ich bin der Stimme des Mikroprozessors des Knight Industries 2000, KIT genannt. Und Michael so, ich brauche niemanden, der mir sagt, was ich machen muss. Ich bekomme eine eigene Entscheidung zu treffen und halte die Klappe. Und es gibt nach bald eine wunderbare Szene, wo KIT ihm schon mal den Arsch rettet vor zwei Polizisten, weil Michael am Steuer einschläft. Das fand ich ganz spaßig. Ja, also das fand ich auch ein bisschen seltsam. Also dafür, dass du hier einen Polizisten hast, einen ehemaligen, dass er dann so fahrlässig agiert und wie so ein trotziges Kind sagt, ich brauche keine Fahrassistenz, ich kann selber fahren und dann einfach da einpennt. Michael war ja kein Verkehrspolizist. Das war ja ein Geheimagent. Er kann das doch nicht wissen. Ja, aber gut, aber Geheimagent nicht mehr. Was für ein verantwortungsloser Volltrottel. Entschuldigung. Kann er doch nicht wissen. Hat dich überschätzt, wollte dann mit KIT durchdüßen. Ja, aber sich selbst zu überschätzen. Von Geheimagenten hätte ich da ein bisschen mehr Verantwortungsgefühl. Und ganz ehrlich, in Kalifornien fährst du verdammt viel Auto. Ich glaube, die Foundation scheint irgendwo im Umkreis Los Angeles zu Hause zu sein. Silicon Valley, da muss man schon richtig San Francisco hoch. Da fährt man schon mal fünf, sechs Stunden durch. Und das ist dann schon, oder mehr, keine Ahnung. Schon eine Weile zu fahren. Würde ich auch einschlafen. Ja, gut. Das finde ich auch ein krasses Ding. Ist auch richtig gut. Er hätte auch den Highway nehmen können, ehrlich gesagt. Wo ist der Highway? Hm. My way or the highway. Genau. Jedenfalls, Michael trifft dann irgendwann mal vor Ort ein. Geht ein Bier trinken. Zofft sich kurz mit KIT. Macht Bekanntschaft mit Maggie. Die auf die Frage, ob sie Tanja kennt, die in dieser Firma kommt, schon da gegenüber arbeitet. Reagiert in dem Sinn Michael mal spontan ein Drink übers Gesicht schüttet. Ja, genau. Die Rosen zumindest fand ich ganz spaßig. Michael, coole Socke, wie er ist. Er ist vor ein paar Wochen noch ins Gesicht geschossen. Und jetzt schon wieder am Anbandeln. Das fand ich ganz stark von ihm. Fährt die Maggie nach Hause. Absolut. Ja, absolut. Der Sohn von Maggie fragt schon, ist es mein neuer Papa? Ja, und schon kommt, du siehst ja, ich gehe da ein bisschen durch. Ja, schon kommt auch das Autorennen. Das fand ich großartig. Diese Firma, bei der die Bösen gerade engagiert sind, Comtron, da wird ein Sponsorenrennen gemacht, ein Wohltätigkeitsautorennen. Alles brandneue Wagen. KIT ist brandneu. Das sagt Michael, ja, dann melde ich mich doch mal an und kann so die Aufmerksamkeit dieser Tanja auf mich ziehen. Dann fängt das Rennen an. Ich fand das super. Da sieht man als Zuschauer zum ersten Mal, was KIT so kann. Und ich glaube, da ist man auch gleich mal ein bisschen begeistert. Wie ging es dir so im Autorennen, Sergei? Das Autorennen, ja, das war natürlich einfach nur unfair. Weil der hat einfach alle Autos um sich herum irgendwie so weggeschleudert und konnte einfach ganz krass da einfach irgendwie seinen Vorteil ausnutzen. Das ist so, wie wenn du jetzt irgendwie bei einer, keine Ahnung, bei einer Kinderfußballjugend jetzt da irgendwie den Ronaldinho hinstellst und der einen irgendwie davon fischt. Das ist schon unfair, oder? Ja, ein bisschen. Vor allem, denn die anderen mussten da teilweise wirklich in den Totalschaden gelandet. Aber gut, es ist scheinbar Teil des Sports, dass das passiert. Ich fand es ganz Spaß, dass die anderen Autos alles keine Rennwagen waren. Das waren alles so typische Limousinen. War das Limousinen? Das ist eine richtige alte Limousinen, eigentlich alt, jetzt im Standpunkt her alt, aber das waren alles so riesige Schiffe. Das waren keine Sportwagen. Das war das längst der Autorennen. Aber die wurden komischerweise gefahren von so Trucker-ähnlichen Typen, von denen du das nicht erwarten würdest, dass sie solche Karren fahren. Und das Schöne ist, der Gate praktisch alle diese Typen, auch die Polizisten zuvor, das sind alles Gesichter, die man, wenn man diese 80er-Jahre-Serien regelmässig verfolgt hat, oder unregelmässig sogar, die hast du alle immer wieder gesehen. Einer von den Fahnen, der war doch beim A-Team der Leiter, oder nicht? Oder? Nein, natürlich nicht. Also George Pep Hart wäre nicht für so eine Mini-Rolle gekommen. Also das hätte er nicht gemacht. Nein. Nein. Nein, nein. Ich dachte, der sieht den voll ähnlich zumindest. Ja, ja, gut. Er hat weiße Haare gehabt, Sergej. Ja. Das reicht doch schon, um ein A-Team-Leiter zu werden. Das ist doch die Stellenausschreibung. Brauchen weiße Haare, dann können sie hier den Klabberlängen hier Befehle erteilen. Es folgt dann bald mal, also Michael gewinnt dieses Autorennen locker, mit Hilfe von Buddy, dem Sohn von Maggie, der sich im Auto versteckt hat, ein paar Knöpfe drücken darf, einfach nur den Zuschauer zu zeigen, hey, das Auto kann ja alles, das ist ja richtig geil, was das Ding kann. Dann, danach geht Michael dann bald mal in eine Bar und trifft da wieder auf seine Kontrahenten aus dem Rennen und dann kommt die vielleicht coolste Salonschlägerei aller Zeiten. Genau, wo du letztlich nichts siehst, du siehst einfach nur einen Schnitt, wie Leute durch die Gegend fliegen. Da könnte ich jetzt natürlich als Martial-Arts-Fan, könnte ich jetzt natürlich jetzt den Film Faulheit vorwerfen, aber ganz ehrlich, ich meine, die haben auch nur ein begrenztes Budget. Und der Darsteller, der hat jetzt halt nicht noch Zeit und Budget gehabt, um dem noch irgendwie Nahkampftechniken beizubringen. Nein, 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 nein. Also haben sie sich jetzt für die leichteste Variante entschieden, einfach einen Schnitt zu zeigen, wie einfach Leute durch Schränke und Tische fliegen, was wiederum sehr gut gemacht wurde. Also da haben sie gute Stuntmen engagiert, die sich auch ordentlich haben durch die Gegend fliegen lassen. Absolut. Und ich fand das so spaßig. Michael sagt auf Deutsch und so, ich muss euch warnen, Gentlemen, ich betreibe Kampfsport und die lachen sich einfach mal kaputt. Ich fand das einfach geil. Cooler Humor. War das nicht Nahkampfexperte? Und im Englischen war es Martial Arts, was genannt wurde. Ich muss eben aufpassen, ich habe das Hörspiel auch noch im Ohr, weil ich das als Kind tausendmal gehört habe. Das geht da nicht ganz raus. Das ist nicht eins zu eins. Die haben nicht einfach die TV-Serie genommen und abgespielt, da war auch eine andere Musik unterlegt. Es waren einfach die gleichen Sprecher. Okay, aber heißt das, dass sich deine Erinnerung, also die Inhalte, die du ins Revue passieren lässt, sich vor allem auf die Hörspiel stützt, nicht auf den Pilotfilm speziell? Das Problem ist, dass der Dialoge, ich nicht mehr sagen kann, ob ich den Hörspieldialog im Kopf habe oder den Dialog von der Fernsehepisode. Das ist das Problem. Zwar auf dem gleichen Sprecher. Ich kann dir nicht mehr sagen, was genau gesagt wurde. Ich dachte, ich habe nur im Kopf, ich betreibe viel Kampfsport. Dass er das gesagt hat, aber ob das jetzt passiert ist in der Serie, keine Ahnung. Ich meine, er hat Nahkampf gesagt, aber wir können es ja mal wieder googeln, aber ich glaube, das ist jetzt wurscht. Das lassen wir jetzt sein, nee. Michael wird nach dieser wunderbaren Schlägerei vom Sheriff gleich mal ins Loch gesteckt und darf dann mal brüten und sich noch mit einem seiner ehemaligen Kontrahenten fast zusammenschliessen. Ich fand es nur sympathisch, wie er da mit dem anderen Typen der Zelle gesprochen hat. Michael hat aber auch einen Anruf zugute und hat dann mal Devin angerufen. Du, Chef, ich habe ein Problem. Ich habe das Auto verloren, das ist beschlagnahmt worden und ich bin im Knast. Und Devin sagt, naja, dann müssen wir halt jetzt mal zu anderen Mitteln greifen oder sowas in dieser Art und hängt das Telefon auf. Michael so, Devin, 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 du bist doch da, hallo, hallo, hallo. Ja, und was das wohl hieß, Devin hat wohl auf irgendeine Art und Weise Kit aktiviert. Und das war natürlich schon, ich glaube, in den 80er Jahren, das muss so geil rüberkommen sein, dieser Kit, der sich selbst anschaltet, die Lichter gehen an. Das ist für einen Buben mit vielleicht zwölf Jahren, da geht ja einer ab. Das wirst du haben, du wirst genau dieses Auto haben, du weißt genau, du siehst es. In genau der Originalgröße natürlich. Ja, natürlich. Und du siehst es gerade tief in der Scheiße und du weißt, dein Body holt dich jetzt gleich mal ab. Der holt dich jetzt da raus. Das ist doch geil, oder? Aber das gab es doch bestimmt als Spielzeug, das sind so kleine Miniaturausgaben von Kit, wo sich halt so ein kleiner Fünfjähriger reinhocken kann. Ein Spielzeug, das ich übrigens irgendwie sehr, sehr furchtbar finde. Ja, absolut. Dass ich draußen sehe, wie kleine Kinder in solchen Mini-Audi-A4s rumfahren. Ja, ja, ganz stimmt. Mini-Porsches, ja. Da weiß ich nicht, ist das jetzt ein Geschenk eigentlich für das Kind oder für den Vater, der das Auto wiederum auch in der Fernsteuerung steuern kann? Also ich muss sagen, ich hatte ein Spielzeug-Kit zum Aufziehen. Den habe ich immer noch übrigens. Das ist mir im Keller. Ah ja. Vielleicht werde ich den später mal hochladen auf Instagram. Das könnte ich noch machen, ja. Ja, genau. Du kannst es einmal hier kurz durch den Podcast laufen lassen. Den Sound brauchen wir. Und da müssen wir auch nochmal sagen, hey, ganz ehrlich. Also Kit, das Modell dieses Trans-Am, das ist so wunderschön. Wenn ich so ein Auto sehe, dann dreh ich durch. Wie geht es dir mit dem Auto, Sergei? Hast du auch irgendwelche sexuellen Gefühle für dieses Auto? Also, naja, sag mal so, da ich nicht ganz so der Auto-Enthusiast bin, hat sich jetzt mein Ejakulations-Wille in Grenzen gehalten. Sergei hat schon ein Kind, der macht da nichts mehr. Das hat sein, das hat sein. Naja, aber ich sag mal, ich hab ja damals dieses NES-Spiel aufgrund dieses Covers gekauft. Da war nicht mal Michael Dudikoff, es war wirklich nur Kit. Nur das Auto war auf dem Cover drauf, in so einem typischen Sonnenuntergang-Farbton. Und das fand ich halt geil und wollte es halt sehen. Aber die Covers sind meist immer besser als die Spiele. Aber weißt du, witzigerweise ist dieses Modell, klar, es wurde durch Nightrider total ikonisch, aber vor allem verglichen mit den Vorgängermodellen, die waren eher so klobe Dinger. Dieses 1982er-Modell, das ist so stromlinienförmig. Und klar, die Front wurde noch ein bisschen angepasst, damit das wirklich aus einer Charakternase bekommt, damit der rote Scanner gut reinpasst und alles. Aber das ist so ein schönes Auto. Ich erzähle dir mal was. Das ist ein schönes Auto, ich gebe es zu. Ich war mit meiner Freundin zum ersten Mal, 2013 waren wir in Kalifornien, in Los Angeles. Und am letzten Tag haben wir gesagt, hey, jetzt machen wir mal eine kurze Tour. durch die Hollywood Hills. Einfach mal, wo die Reichen wohnen. Einfach mal hochfahren. Fahren wir da so so in der Gegend. Ich glaube, es könnte da mal Hole-and-Drive gewesen sein. Bisschen durch die Gegend neiden. Ja, ja, absolut, absolut. Und dann fuhr ich so durch den Mal-Hole-and-Drive und dann einfach da am Straßenrand. Ich drehte durch. Ich konnte nicht, es war auf der gegenüberliegenden Seite. Ich konnte auch nicht anders, es war zu viel Verkehr da. Da stand Kit. Da stand Kit. Kit war da. Es war ein schwarzer Transair mit einem roten Scanner drin. Ich schwöre es, er war da. Ich glaube es dir voll und ganz. Wo sonst soll man solche Autos finden wie Kit oder eben das Batmobil? Das findest du alles in Hollywood. Genau, und ich dann so zu meiner Freundin, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist Kit, das ist Kit. Und meine Freundin, hä, was für ein Ding? Und der Kit, das Auto aus Neidschweiler, und sie, hä? Ja, sie ist kein Fernsehkind deswegen. Sie ist entschuldigt, aber das hat unsere Beziehung auf eine Probe gestellt. Achso, da warst du kurz in einer Sinnkrise. Ne, das war geil. Ich weiss nicht, der David Heslaff, der hat so ein Auto gehabt. Er hat eines der drei Autos aus der Serie, hat er selbst besessen bis vor kurzem, hat es, glaube ich, verauktioniert, ver, wie hieß es noch gleich, Auktion, wenn man es versteigert hat. Versteigert. Verauktioniert. Und ja, einfach ein wunderschönes Ding. Und dieses wunderschöne Teil rettet Michael den Arsch, bricht durch die Gefängnismauern, nimmt den Michael mit und raus geht's. Auf die Flucht. Michael macht noch kurz einen Abstecher bei Comtron oder bei irgendwelche Firma auch immer, um wieder mal diese Mikrochips, diese Fotos, irgendwas zu holen. Er findet das Zeug auch, wird angeschossen, flüchtet wieder mit Kit. Und was dann folgt, die letzten 20 Minuten sind einfach nur Auto-Action pur. Und da wollte ich dich fragen. Und da kann ich gleich mal sagen, irgendwie, das, was Kit meistens macht, also das Hauptfeature von Kit ist ja letztlich, also dadurch, dass er diese tolle Legierung, diese Beschichtung hat und so unzerstörbar ist, wird ja Kit zumindest in dieser Pilotfolge hauptsächlich dafür verwendet, um durch Mauern zu brechen oder durch Wände. Das war schon ganz, ich hab's vergessen am Anfang zu erwähnen, wie er zum ersten Mal Kit startet, der wusste noch nicht so, was kann dieses Auto und dann fährt er erstmal durch die nächste Wand und danach muss er sich erklären lassen, wie man irgendwie das Auto vernünftig steuert und dann denken wir, wie doof bist denn du? Aber Hauptsache erstmal das Hauptfeature von Kit zeigen, nämlich durch Wände brettern. Absolut, das ist das Wichtigste, oder? Man muss nur sagen, das Kit wird im Laufe der Serie, der bekommt noch so viele Features, die würden niemals Platz haben da drin. Ich hätte eigentlich gedacht, dass Kit irgendwie Raketen verschießen kann oder so ein Scheiß. Ja, aber das ist ja, ah, das ist, wieso soll er das machen? Ja, weil er Bösewichter, keine Ahnung, wegschießen will oder Öl verspritzen hintendran, damit die Verfolger nicht hinterher kommen. Also, verstehst du das richtig? Kit kann nicht ballern. Kit kann nicht ballern. Krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, dass er bei allen, was er kann, vor allem auch irgendwie ballern könnte. Dieses NES-Spiel hat dich völlig betrübt, Sergei. Das ist ja völlig verarscht. Falsche Sicht, du hast. Nee, absolut. Oh Mann. Nee, Kit ist, das ist auch ein bisschen ein Zeichen der Serie. Alles, was Kit macht, ist ja sehr... Sehr pazifistisch. Ja, schützend, pazifistisch, nicht aggressiv. Da müssen wir schon über Airwolf reden. Der kann ballern, der Helikopter, der kann ballern. Kit ballert nicht, außer, es gibt Ausnahmen, wenn mal ein Laser eingebaut wird, um irgendwas zu machen oder so. Dann kann er mal einmal schießen. Um irgendwie eine Wand wegzulasern, damit man nicht ständig mit der Karosserie durchbrennt. Wir kommen noch drauf zu sprechen, für was Kit mal ein Laser brauchen wird. Aber ich will da auch uns nicht zu viel jetzt schon voraus wegnehmen. Wie hat es dir so gefallen? Das war das letzte Drittel jetzt. Michael wurde angeschossen, ist auf dem Weg, um Tanja und ihre Bösewichter noch abzufangen. Für mich ist das ein absolut perfekter Einstieg in eine Action-Serie. Denn da bekommst du einfach mal 10 oder 15, 20 Minuten Action pur. Und du siehst auch, die haben da wirklich gekleckert, nicht geklotzt. So heißt es doch, oder? Kleck nicht klotzen. Klotzen nicht klotzen. Ich gehe damit konform, dass viel gut abging, aber eigentlich, also so von den Socken gehauen wurde ich jetzt nicht. Es ist doch sehr alt, aber für die damalige Zeit war es solide Stunt-Arbeit. Aber es bestimmt ist nicht irgendwie das Beste, was man damals schon gesehen hätte. Aber es war durchaus gut, aber letztlich war es immer dasselbe. Es war, Kit entweder macht einen großen Sprung und springt irgendwo drüber oder schießt irgendwo durch. So, das sind so quasi die Hauptstunts, die du mit dem gesehen hast. Ich kann mich an einen Stunt erinnern, wo du siehst, Kit fliegt in dieser Seitenstraße und landet und kurz bevor er landet, wird geschnitten. Weil ich nehme an, dass tatsächlich dann das Auto ordentlich Schaden genommen hat und nicht mehr vernünftig hätte weiterfahren können. Und deswegen haben die noch früh genug weggeschnitten. Also das ist auch das Zeichen, wenn du diese Serie später mal sehen würdest, dann, wenn Kit springt, dann siehst du immer mit David Hasselhoff dann einfach so angestrengt ein Cockpit kurz sich bewegt, also hoch und drunter bewegt, als wäre es gerade gelandet. Im Hintergrund siehst du aber nichts, was überhaupt auf das Hindernis hinweisen würde, das da eigentlich gewesen wäre. Das ist absolut cheesy, das muss man so sagen. Aber ich verstehe es. Ich verstehe es. Ja, ich verstehe es auch. Also ich fand, es war solide handgemachte Autostunt-Arbeit, aber wenn man es vergleicht, irgendwie ein paar Jahre vorher gab es ja bei Blues Brothers eine große Autokarambolagen-Szene, das ist dort doch mal eine ganz andere Hausnummer gewesen. Aber da müssen wir schon ganz krasse Unterscheidungen machen, Serge, was für das Kino produziert wurde. Ja, 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 Entschuldigung, das ist eigentlich jetzt fast der Vergleich. Es ist nicht fair, dass wir jetzt sagen, hey, eine Multimillionen-Dollar-Produktion, die auf Kino, auf eine große Leinwand kommen soll, wo man jedes Detail sieht. Mit einem, Fernseher waren früher sehr klein. Die waren früher minimal klein. Das Bild war schlecht, Auflösung war schlecht. Deswegen hat man sich ganz viele kleine Fehler einfach so erlaubt. Wenn du heute eine alte, eine richtig alte Serie schaust, wie zum Beispiel Star Trek, die ersten 60er-Jahren, da hat sich Paramind brutal Mühe gemacht, die haben alle Altenfolgen geremastert, dass das Bild so knochenscharf, dass sieht man, dass die Brücke aus Holz ist. Ja, oder bei der Next Generation... Blu-ray kann wirklich eine echte Kindheitserinnerung kaputt machen. Nur wenn man es sieht und dass man auch dann sehen will, wenn man die Fehler sucht. Bei der Next Generation von Star Trek, da sieht man oft, dass die Teppiche an Bord der Enterprise, die wurden richtig schlecht verlegt. Die stehen ab überall. Wenn man sich darauf einlässt, dann kann man es immer noch ignorieren, aber wenn man die Fehler sehen will, dann hat man es halt, oder? Fernsehen war früher halt ein anderes Medium. Wer hätte gedacht, bei Star Trek, dass das Zeug noch 60 Jahre später gesehen wird? Wer hätte bei Night Shyamalan gedacht, dass wir heute da sitzen und einen Podcast über diese Episode machen werden? Niemand. Das war denen nicht klar. Bestimmt nicht. Und deswegen, ich fand, für eine TV-Serie ist das top-notch. Für eine TV-Serie von damals war das auf jeden Fall top-notch, ja. Und da Michael, schwer blutend, fast schon tot, naja, nicht gerade im Betrieb, aber ziemlich schwer verletzt, stellt dann Tanja und ihre Gang am Flughafen. Tanja will ihn durchs Fenster erschießen. Fenster ist kugelsicher. Kugel prallt ab in Tanjas Gesicht und Tanja tot. Ironie des Schicksals. Richtig, das war so eine runde Sache, wie du mir, so ich dir, ja, fand ich gut. Tanja tot, Kitsch, wer beschädigt. Aber letzten Endes hat es ja gar nicht ihr selbst so angetan. Letztlich war sie selbst schuld. Und auch das ist wieder, Michael hat Tanja nicht getötet, sie hat sich selbst getötet. Und das fand ich ganz großes Kino, eben das Michael. Er hat es ja sogar gewarnt. Er hat es doch nicht, das ist kugelsicher. Schieß nicht drauf. Ja, Pech. Ja, okay. Und ja, das war dann fast schon das Ende. Man erntet, was man sieht. Man erntet, was man sieht. In der Schlussszene sehen wir Michael und Devin, die im Flieger sitzen und darüber sinnieren, was da also passiert ist und wie ihr Zusammenarbeit, wenn das sein soll, aussehen wird. Und ja, one man can make a difference. Even better with a car. Das ist... Durchaus. Und damit hat er quasi jetzt sofort so sein neues Leben resigniert. Oh, das ist ja toll. Also dann arbeite ich jetzt für euch und dann werde ich jetzt jedes Mal irgendwie in diesem Auto, mit dem teuersten Auto der Welt durch die Gegend fahren. Das ist ja richtig cool. Und ja. Was für ein geiler Job. Wurde ich denn noch so zusammengeschrieben. Ja. Schön. Ja, also ich fand die Abschlussszene sehr schön. Die wird irgendwann auch nochmals verwendet werden. Das wirst du dann vielleicht sehen oder auch nicht. Sergej, was denkst du eigentlich, wie ging die Serie danach weiter? Wie ich denke, ich wollte mir ein Bild davon machen, denn wir wissen ja, dass ein Pilotfilm nicht unbedingt das fortfilmen muss, also dass eine Serie nicht das fortfilmen muss, was im Pilotfilm aufgebaut wurde. Wir denken dann nochmal zum Beispiel an die Polizeibullen bei den Simpsons. Hast du jetzt gerade, das war schön, da hast du dir was Schönes ausgegraben, die Polizeibullen. Police Cops. Police Cops. Toll. Nee, aber das war eine Überspitzung auf die Tatsache, dass es ja durchaus so ist, dass ein Pilotfilm gern Dinge ausprobiert, aber dann in der eigentlichen Serie dann Dinge anders, ein bisschen anders gemacht werden. So, und deswegen wollte ich auch mal in die Folge 3 ein bisschen reingucken und schauen, was sich da so tut. Und das war so einfach das neue Abenteuer. Tödlicher Manöver heißt es irgendwie, was mit irgendeinem komischen Militärgang da zu tun hatte und wo es ganz schön also mit viel Explosion auch heiß herging. Absolut, ja, absolut. Nochmal, ich finde die erste Staffel Nightrider, die ist großartig. Da kann ich jede Episode schauen und habe nostalgische Erinnerungen dran. Ja, was passieren wird. Zum einen, es kommt eine neue Person an Bord. Das ist die Bonnie. Das ist quasi die Mechanikerin von Kit. Und Kit ist wie so der Hund, der zum Frauchen geht. Sehr süß eigentlich, wie sich Bonnie um Kit kümmert. Mehr als um Michael, der da permanent versucht anzubundeln. Bonnie wird dann aber mal aus der Serie rausgeschrieben für eine Staffel. Die wurde durch eine rothaarige April ersetzt. Einfach, weil die Leute dachten, Bonnie ist zu... Jetzt muss ich an die Peggy Bundy denken. Nee, nee, das war eine andere Schauspielerin. Die Leute aber, die Fanbase, die hat das nicht so richtig gutiert. Und so wurde April zur dritten Staffel schon wieder rausgeschrieben und Bonnie kam für die letzten beiden Staffeln zu. Aber eine rothaarige April, die April aus Teenage Mutant Ninja Titles war auch? Ja, das ist ja klar, weil alle Aprils sind rothaarige. Alle Aprils sind rothaarig. Du hast es nicht gewusst. Das ist normal. Was noch kommen wird, die Foundation, die wird größtenteils, du wirst immer noch das Anwesen sehen, es wird ein anderes sein, aber ich glaube, Davins Büro wird man oft sehen. Die bekommen aber auch einen schwarzen Truck. Und das ist ganz ikonisch, schwarz Truck mit dem goldenen Pferd auf der Seite. Das ist halt das Zeichen der Foundation. Und die Kit da immer wieder reinfährt. Und das ist quasi das mobile Hauptquartier. Das ist eigentlich schon sehr kultig. Michael bekommt so einen Comlink. Das ist quasi die Apple Watch der 80er Jahre, damit er mit Kit kommunizieren kann. Deswegen in die Uhr sprechen. Das hat man im Piloten noch nicht gesehen. Das kommt erst später. Und Kit bekommt verdammt viele neue Gadgets. Egal, was in der Episode gerade benötigt wird, es wird von Bonnie eingebaut. Zum Beispiel so ein Haken, so ein Grappling Hook, der hinten beim Auspuff irgendwo nebeneinander rausjagt und damit Kit sich irgendwie ziehen kann oder sonst was. Ich habe ja gelesen, im Wikipedia-Artikel gibt es eine schöne große Liste an aller Features, die Kit drauf hat. Die können jetzt jetzt mal alle mal durchgehen. Geh mir kurz eine Sekunde, ich habe es gerade irgendwo. Kit. Ich habe die Nightrider-Liste vor mir mit Kit's Tools. Soll ich sie kurz durchgehen? Ja, gehen wir jetzt mal die Wichtigsten durch. Ich habe es mir selbst ein bisschen durchlesen wollen, aber dann wurde es mir irgendwann zu viel. Ja, klar. Aber er konnte, glaube ich, auch irgendwie Daten auslesen, also irgendwas Hackermäßiges konnte das Ding auch. Kit kann verdammt viel. Also Kit bekommt irgendwann mal den Silent Mode. Das ist, der kann da leise fahren. Ganz ehrlich, ich finde den Kit's Motor schon sehr leise. Der hat so einen Düsenantrieb irgendwie. Silent Mode. Aber ich nehme an, Silent Mode ist ein besonders ressourcenbeanspruchendes Feature, das man eben nicht die ganze Zeit laufen lassen kann. In Realität? Keine Ahnung. Weil warum sollte man in dem Mode schalten und die ganze Zeit silent sein? Wenn man schleicht, Sergei, wenn man schleicht, dann muss man silent sein. Das war wohl auch, da ist eine Episode auch so gedacht, wo der Kit muss sich irgendwo hinschleichen und dann hat er einen Silent Mode gebaut. Er bekommt den Microjam, da kann er andere Fahrzeuge beeinflussen, kann sich den Motor stilllegen und im Helikopter den runterholen, das ist ganz spannend. Er bekommt ein Wechselzeichen, das heißt, der Kit kann einfach mal per Knopfdruck das Nummernschild wechseln, das hätte ich auch gern. Den Grapplinghook habe ich erwähnt, die Seilwinde auch, Schleudersitz hat er von Beginn schon, das heißt, Michael kann er 20 Meter in die Höhe schnellen lassen. Moment mal, das mit dem Nummernschild, ich glaube, das habe ich auch schon aus anderen Filmen gesehen. Das habe ich ja, klar. Dann dreht sich das so wie so ein Quader. Das muss in so einem Cannonball-Film mal drin gewesen sein, mit irgendwas in dieser Art. Ja, das kann gut sein. Ich wüsste jetzt auch nicht mehr genau, wo. Cannonball wäre auch mal ein Ding, was man durchspielen könnte. Wäre mal was, das wäre was, ja klar. Er kann CO2 hinten ablasten, quasi so einen Steam-Nebel rauslassen, Öldüsen, kann Ölspuren hinter sich legen, er hat einen Überwachungsmodus. Kann er Stachelpixer, irgendwelche Nägel verteilen? Nee, das kann er, glaube ich, nicht, nein. Stachelpixer. Ah ja, warte. Er hat einen eingebauten Geldautomaten, steht da, das weiß ich nicht mehr, sorry, das habe ich wohl völlig verpasst. Okay, das ist aber sehr seltsam. Ich meine, wer befüllt denn die, den Geldautomaten, damit er sich da was abheben kann? Ich finde ganz ehrlich, ich finde auch irgendwie, dass diese Liste ein bisschen merkwürdig ist. Also ja, man kann auch einfach einen Tresor reinstellen oder seinen Geldbeutel mitnehmen. Absolut, absolut. Also was noch passieren wird, Kit bekommt dann mehrere, im Laufe der Jahre mehrere neue, neues Outfit quasi, also das Cockpit wird neu designt irgendwann. Das war auch irgendwann, um wieder die Leute neu zu begeistern, um alles noch ein bisschen moderner wirken zu lassen, einen besseren Bildschirm und so weiter und so fort. Und dünnere Knöpfchen. Und als dann die Serie schon nach Staffel 3, als die Ratings wirklich gesunken sind, haben sie versucht, durch nochmals eine neue Person und auch durch eine neue Möglichkeit für Kit, sich sein Aussehen zu wandeln, nochmals alles ein bisschen anzukurbeln. Es kam RC an Bord, das ist ein junger, dunkelhäutiger, auch eine Art Mechaniker, von Peter Parras gespielt, eigentlich sehr coole Figur. Der Mechaniker des Hauses. Ja, also Bonny bleibt da, das ist ein Dreierteam, das ist ein Viererteam quasi. Und Kit bekommt den sogenannten Super Pursuit Mode, dann kommen irgendwelche Flügel und Klappen aus Kit heraus und es sieht dann richtig böse aus und kann dann in Geschwindigkeiten fahren, das glaubst du gar nicht. Aber das wurde, die Führerstaffung war dann wirklich so, dass dieser Super Pursuit Mode dann die Lösung für alles war. Aber kurz, ganz blöd gefragt, durch die Zeitreisen kann das Auto nicht? Noch nicht. Noch nicht. Hätte man meinen können, irgendwann, wenn dann die Ideen ausgehen, gibt es dann immer irgendeine Zeitreise-Geschichte in dem Auto. Wäre was gewesen, aber nein, das ist dann leider nicht passiert. Leider. Leider nicht passiert. Nach Knight Rider, also Knight Rider lief 1982 bis 86, dann kam die Absetzung, David Hasselhoff hat ein sehr gutes Händchen gehabt mit Musik, das wissen wir alle, und er hat dann Baywatch mit auf die Beine gestellt, sprich, er wurde dann auch zum Produzenten und hat das Ding gerettet auch nach der ersten Staffel und es gab elf Staffeln Baywatch, was, glaube ich, immer noch die... Aber Moment mal, Baywatch, da, Heselhoff war nicht von Anfang an dabei? Doch, er war nicht der ausführende Produzent von Anfang an, ich glaube, das kam erst, die Serie wurde nach einer Staffel eigentlich eingestellt und dann Heselhoff hat dann mit ein paar Produzenten sich zusammengeschlossen und hat das Ding selbst wieder neu konzipiert? Ja, eigentlich schon, er wollte eine familienfreundliche Sendung haben. Also das heißt, man merkt einen großen Unterschied zwischen Staffel 1 und Staffel 2? Ja, ich habe Baywatch nicht so staffelmäßig geschaut, einfach, ich kann mich nicht mehr groß erinnern, die erste Staffel einfach ein bisschen ernster, da ist auch mal jemand gestorben vom Cast an einem Haib ist und so weiter und so fort. Zweite Staffel dann, wo es einfach ein bisschen lockerer, es hat eine extreme Videoclip-Ästhetik bekommen, sehr viele Zeitlupen und so weiter. Ja, deswegen hat es gerade damals in die MTV-Zeit gepasst. Absolut, absolut gut, wenn wir Baywatch jetzt reden, sind wir noch mit Nightrider, was der Hoff gerade so gemacht hat danach und dann kam der, du hast gesagt, Kinofilm, Nightrider 2000. Oh ja. Das wurde hierzulande bei euch vor allem in Deutschland, ich bin nicht mal in den USA, glaube ich, eben nicht. Das ist eigentlich ein weiterer Piloten gewesen für eine mögliche neue Serie. Ja, man wollte sehen, ob man mit der Marke jetzt irgendwie ein neues Publikum abgreifen kann und deswegen es mit einem Kinofilm versucht, weil etabliert war die Marke ja und da konnte man ein bisschen mehr Geld reinstecken. das war eigentlich nicht als Kinofilm gedacht, das war einfach als Spielfilm gedacht, also auch als Piloten eigentlich. Wurde dann aber als Kinofilm ausgewertet, weil sie wussten, hey, das wäre jetzt wohl einfach zu schade, um das Ding einfach verrotten zu lassen. Und so hat man es in Deutschland und wo in Europa einfach als Kinofilm rausgebracht. Und das war, es geht folgendes, Michael Knight hat im Jahr 2000 all das, sein Verbrecher, Bekämpfungsdasein hinter sich gelassen und ist Fischer geworden, lebt irgendwo im Wald und Kit ist demontiert, 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 demontiert worden, den gibt es nicht mehr, Devon existiert noch, Foundation gibt es auch noch und Verbrechen für Bekämpfung ist so modern geworden, dass man Leute lieber einfriert, als sie ins Gefängnis zu stecken, Polizisten haben keine Waffen mehr und es braucht dann doch Michael, der zurückkommt für einen Monat und Kit. Und das ging jetzt wieder voll krass nach Demolition Man. Ja, irgendwie, es stimmt, stimmt. Knight Rides 2000 ist quasi der Ur-Demolition Man, stimmt. Dieses Projekt ist dann ziemlich gefloppt, der Film ist nicht gut für Schlefahrts finde ich fast schon krass, denn es ergibt sich noch viel, viel Schlechteres. Der Film hat einige wenige gute Szenen, als Knight Rider Fan kann man ihn sich anschauen, man verpasst aber nichts, wenn man es nicht macht. Es wurde versucht, 1997 das Team Knight Rider auf die Beine zu stellen. Eine neue Serie und ich kann mich erinnern, ich habe dann damals das Starlog Magazin gelesen, da stand das groß den Team Knight Rider ab dem x-ten Juni 1997 auf RTL und ich so, wow, fünf Fahrzeuge, großartigen Cast, eine junge Blonde, eine junge Brünette, einen muskulösen Schwarzen, einen nerdigen Freak und ein Leader. Habe das Ding geschaut und schon den Piloten gemerkt, was für ein Scheiß, was für ein Scheiß. Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass es da noch so eine Serie, so eine Teenie-Serie gab. Ich schicke dir danach mal das Intro, dann weißt du schon genau, auf welchem Level wir uns befinden. Aber gab es, warum gab es eigentlich nie eine Zeichnickserie davon, hätte ich jetzt erwartet, dass auch eine Zeichnickvariante gibt. Das machen die sonst aus allem. Das hätte eigentlich noch gepasst, ja stimmt, keine Ahnung. Es gab auch von Rambo eine Zeichnickserie. Ja, ich weiß, habe ich nie gesehen. Es gab sogar eine Mr. T-Zeichentrick-Serie, die lief aufs Hotline-Serie. Ja, ja, die habe ich sogar teilweise gesehen. Ja, ich auch. Und Karate-Kid. Ja, ja, genau. Das gab es alles. Also komisch, dass es das gerade bei Nightrider nicht gab. Ja, das ist komisch. Keine Ahnung. Aber es gab ein NES-Spiel immerhin. Immerhin das. Mit Raketen. Es gab ein immer das Gerücht, dass David Hasselhoff da immer noch am Pitchen für ein neues Nightrider-Projekt er gibt nicht auf, bis er tot ist. Und er hat es dann fast geschafft irgendwann. 2008 kam nämlich Nightrider zurück ins Fernsehen. Ja, daran kann ich mich erinnern, dass da ein Comeback kam, eine neue Serie mit einem neuen, jungen Darsteller. Ja, und David Hasselhoff ist irgendwo mit einem Cameo vertreten oder so. Genau, es gab nur ein Cameo von ihm. Das Spannende an diesem Projekt war, dass Val Kilmer hat Kidd gesprochen. Oh, das wusste ich nicht, aber der wäre jetzt auch nicht meine erste Wahl gewesen, warum Val Kilmer, aber wahrscheinlich hat er es gut gemacht. Ich habe die, ich habe ein paar Folgen im Fernsehen gesehen, ich habe die DVD-Box gehabt, aber das war irgendwie nichts. Ich hätte wahrscheinlich James Earl Jones gecastet. Ja, natürlich. Natürlich. Der würde die großen Fragen dieser Zeit stellen, ja klar. Morgan Freeman, das wäre doch ein toller Kidd. Ja, der kann alles spielen, Gott, Kidd, alles. Ich wollte dich noch was fragen, würde Nightrider, so wie du jetzt das im Piloten gesehen hast, in dieser heutigen Zeit noch funktionieren? Also, ich habe es ja vorhin vorweg genommen, also wenn man tatsächlich solche, also das Thema gibt es tatsächlich sehr schön her, um über künstliche Intelligenz zu sprechen, was heutzutage ein deutlich größeres Thema ist als damals. Ja. Damals Kidd ist ja wahrscheinlich auch irgendwie entstanden aus der Idee aus 2001 heraus, man hätte den Hell gehabt und jetzt hat man das irgendwie in ein Auto gepackt, wo du auch ein rotes Licht hast, das blinkt, wenn es spricht. Und ja, also was ich schon vorhin aufgeführt habe, die ethnische Frage, mit wem überfahre ich im Zweifelsfall, das wäre tatsächlich was, das könnte man in so einem aktuellen, modernen Nightrider-Projekt auf jeden Fall mit einbauen. Das wäre dann ein bisschen eine ernstere Serie und die auch durchaus gehaltvoll ist. Also man müsste solche Themen abgreifen, damit die Serie einigermaßen irgendwie Relevanz hätte. Ansonsten kann ich es mir nicht vorstellen, das gleiche wie den 80ern, nur mit einem neuen Darsteller Ich glaube, da hätten die Leute so keinen Bock drauf. Man muss da schon wirklich ein bisschen mehr Inhalt bieten, damit das was zündet. Und die heutige Serienwelt ist ja auch so, dass jede Folge hängt mit der nächsten zusammen. Standalone-Episoden funktionieren meines Erachtens immer noch. Ich würde es machen. Ich würde es bringen. Ich würde es machen. Einige der besten Serien aller Zeiten sind Standalone-Serien. Und ich, ganz klar, ich würde es machen. Ich weiß auch, dass David Hasselhoff immer noch dafür brennt, Michael Knight zurückzubringen und Kitt. Das Problem ist, dass die Projekte, die es bislang gab, das Team Knight Trider, das Knight Race 2000 und auch diese Neuauflage, die sind einfach gescheitert. Zum einen, man hat das falsche Auto genommen. Man hat nicht auf David Hasselhoff und seine Chemie zu Kitt gesetzt, denn man sollte das nie vergessen. Das sind zwei Freunde, die wir bei der Arbeit zu sehen bekommen. Der eine hat Haut, Fleisch, ist ein Mensch und der andere ist ein Auto. Und ich glaube, diese Freundschaft, die hat die Serie am Leben gehalten. Das ist nicht der Rest gewesen. Das ist diese Partnerschaft, die Dialoge zwischen Michael und Kitt. Es ist das, was man nicht irgendwie sofort bei einem Trailer so mitbekommt, sondern das, was man erst über die Zeit hinweg fühlt und spürt und irgendwie dann Bock macht. Genau, genau. Und ich meine, ganz ehrlich, also David Hasselhoff hat eigentlich, sein Vater hat ihm abgeraten, sich dieses Projekt überhaupt zu bewerben. Also bist du wahnsinnig? Du willst mit deinem Auto reden? Mach das doch nicht. Mach was anderes. Und er ist wohl froh, hat das gemacht, aber stell dir mal vor, vier Jahre lang hockst du in deiner Lederjacke da im Brüten in Kalifornien. Du musst deinen Dialog sprechen in ein Auto hinein, das dir gar nicht antwortet. Da sitzt wohl ein Typ nebenan, auf dem Sitz nebenan. Ein Mikrofon ist irgendwo verbaut. Irgendwie, aber keine Ahnung, wie sie das genau gemacht haben, aber das ist für einen Schauspieler eine verdammt undankbare Aufgabe. Und deswegen muss ich den Hoff einfach nochmals in Schutz nehmen. Der hat das sehr gut gemacht. Der ist auch ein ordentlicher Schauspieler. Der hat sich auf dem Broadway bewiesen. Der hat sich Dr. Jekyll und Mr. Hyde hat er ja aufgeführt damals. Der kann Schauspieler. Der ist ein geborener Entertainer. Der kann das. Ja, und abgesehen davon, ich finde auch nicht, ist überhaupt nicht die Witzfigur, zu der manchmal gemacht wird. Also manchmal wird es wirklich so getan, als ob der irgendwie völlig Ballaballa wäre und der überhaupt nicht ernst zu nehmen wäre. Aber eigentlich, also ich muss mich da erinnern, ich glaube, der ist da mal bei Markus Lanz rumgesessen und da ging er mal richtig ab. Ich glaube, es ging um die Klimafrage und der ging da mal richtig ab. Der war richtig sauer, aber wirklich auch sehr charismatisch. Du wolltest in dem Moment, der Linder war es, glaube ich, der wollte in dem Moment überhaupt nicht widersprechen. Der ist richtig klein geworden vor Hasselhoff. Also der Hasselhoff, der ist schon ein Mann mit Präsenz. Absolut, absolut. Aber halt, weil er, was hat er gemacht? Er ist bekannt für den Mann mit der roten Badehose, der Mann mit dem schwarzen Auto, dafür, dass er die Berliner Mauer zum Einstürzen gebracht hat und dafür für die Hamburger Aktion. Und das ist eigentlich sautraurig. Das mit der Berliner Mauer, das habe ich in seiner Biografie nachgelesen, er hat das so nie gesagt. Das wird ihm permanent angetischen und er nervt sich ohne Ende. Er war nach dem Mauerfall, es gibt so ein Berliner, Berlin Wall Museum irgendwo in Berlin, keine Ahnung. Er war da, wurde durchgeführt und hat dann gesagt, ja, ich habe ja hier gesungen, als die Mauer gefallen ist. Looking for Freedom, schade, gibt es kein Foto von damals hier. Das hätte mich jetzt mega gefreut, das zu sehen. Das wurde in einem Interview so gedreht, David Hasselhoff behauptet, er hätte die Berliner Mauer zum Einspürz gebracht. Und das ist schon einfach tragisch, wie man Menschen quasi Dinge andichten kann, die so einfach nicht waren. Das Leben ist hart. Der Ärmste. Du, ich glaube, wir haben den Nightrider ziemlich besprochen. Ich wollte dich auch fragen, würdest du dir jetzt die Serie noch anschauen irgendwann, episodenweise? Also sagen wir es so, die Pilotfolgen, ich fand sie, wie gesagt, solide und überraschend ernst zu nehmen. Also nicht, dass es eine ernste Nummer wäre, aber es war jetzt halt nicht so, das Trash-Erlebnis, das ich vielleicht sogar ein bisschen gehofft hatte. Ich dachte, es wäre alles so unfreiwillig komisch. War es dann gar nicht mal. Also ich sage mal, action-technisch war es gut und solide, aber aus heutiger Zeit finde ich es inhaltlich nicht mehr so relevant. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Freundschaft immer noch gut funktioniert, aber dafür müsste man wirklich mehrere Folgen gucken. Insofern, ich kann mir vorstellen, aber nur durch deine Einweisung, durch deinen Guide, mir einzelne Rosinen rauszupicken, die du mir nennst, dann würde ich hier und da mir mal was angucken, um mir vielleicht mal auf Dauer noch mal ein besseres Bild von Knight Rider zu machen. Ansonsten, also mein Eindruck war leicht positiv, aber ich war jetzt auch nicht überwältigt. Sagen wir es so. Aber wie gesagt, es braucht, glaube ich, wirklich mehr als die Pilotfolge, den Pilotfilm, um das Phänomen vielleicht wirklich zu verstehen und zu begreifen. Genau, das sehe ich genauso. Eben, das ist ja, ein Pilot ist ja ein Appetizer, zum einen für, der wird produziert, dann wird er mal getestet am Publikum und wie auch der Pilot ankommt, in der Serie produziert oder nicht. Offensichtlich kommt dieses sehr gut an und bei Sergej, der sagt immerhin, schick mir mal ein Best of, die besten Folgen, die würde ich mir mal anschauen und das werde ich auch machen. Und die werden jetzt auch verzichten auf eine Bewertung hier, das macht keinen Sinn, einen Piloten zu bewerten, finde ich. Ja, eben, wir sagen, ja, wir haben, glaube ich, alles das Wichtige gesagt, Worte zählen ja manchmal mehr als ein gedanklicher Daumen, den irgendwo hinschiehlt. Absolut, absolut. Das war ein Scheiter. Ey, das war wirklich schön, muss ich sagen. Ich war am Anfang erst mal ein bisschen skeptisch, so was, wie stellt sich der Dominik das vor, mit einem Nichtswisser wie mir, sich da drüber zu unterhalten, aber ich finde, das haben, wir haben eine spaßige Laberrunde wieder hinbekommen. Da muss ich noch was anmerken, und zwar, liebe Freunde, das kann jetzt sein, dass viele von euch uns nur gefunden haben wegen Nightrider. Und falls ihr denkt, wir werden weitere Nightrider-Episoden besprechen, nein. Vielleicht irgendwann mal den Nightrider 2000, aber da lassen wir jetzt zuerst mal ein bisschen, nehmen wir das, Zeit vorüberfliegen. ich will gerne verweisen auf zwei Podcasts, die aber Nightrider Folge für Folge besprechen oder besprochen haben. Wenn es okay ist für dich, Serge, dass wir da ein paar Kollegen vornehmen. Ja, ja, los, hau raus. Ist das der deutsche Podcast Nice Rider. Nice geschrieben wie Nice, N-I-T-E. Die Jungs sind jetzt, stand jetzt, wo wir gerade aufnehmen, Anfang Staffel 2, die widmen wirklich jeder Nightrider-Episode eine eigene Folge. und die sprechen sich da wirklich durch. Die Kollegen Champa und Klein vom US-Podcast The Nightrider Years, die haben das Projekt schon abgeschlossen, die haben die vier Staffeln durchgequasselt und haben da verdammt viel Freude gehabt dabei, sind jetzt zu finden unter The Airwolf Years auf Spotify und allen Podcatchern. Hört es euch an, wenn ihr es nicht finden könnt, dann schreibt ihr uns kurz, wir geben das auch sehr gerne weiter. Verlinken euch da gerne. Jo. Jo. Wunderbar. Und ich freue mich ja ein bisschen, dass wir auch irgendwie so einer Herzensangelegenheit hier mal hier nachgehen konnten. Absolut. Es fühlt sich immer gut an. Es fühlt sich sehr gut an. Ich habe was für das Nightrider-Franchise gemacht, das freut mich sehr. Und du hast vor allem was für deine Seele getan. Absolut. Meine Seele geht es gerade sehr gut. Ja, das ist wirklich toll. Ja, aber entspannen kannst du dich noch nicht, denn jetzt musst du noch mal kurz deine Gehirnzellen ankurbeln und mein Fit Quiz lösen. Ach, genau, stimmt. Mist. Mist, Mist, Mist. Mist. Du hast mich vor ein paar Sekunden habe ich gelächelt. Ich habe schon gedacht, der Hightower der Hightower ging mit Mahoney, der hat ihm geholfen mit der Fahrprüfung und hat eine Rundfahrt durch die Stadt gemacht und der hat dann das Auto von einem ziemlich miesen Kollegen einfach auseinander gerupft, hat die Stühle rausgeworfen und hat es kaputt gefahren. Aber dann hast du gesagt, die Hauptfigur sagt was zum Auto und das shaped sich dann quasi neu. Oder? Ach so, ja. Ja, genau, es shaped sich neu. Also wir sind im fantastischen Bereich. Ja, gut. Also das können jetzt mehrere Dinge sein. Rat mal, wohin zieht mich mein Gedanke jetzt zuerst ins Transformers-Franchise? Ja, ja. Ja, gut, es ist naheliegend. Ja, jetzt habe ich gedacht. Aber glücklicherweise nein. Es ist naheliegend. Natürlich, so etwas denke ich mir natürlich nicht aus. Das ist nicht mein Quiz-Niveau. Dann könnte ich, das habe ich eben gedacht, da kenne ich dich doch ein bisschen zu gut mittlerweile. Dann habe ich gedacht, das könnte jetzt irgendein Horrorfilm sein mit einem Auto, das Christine heißt oder sowas, aber ich habe den nie gesehen. Dann richtig. Ah, wirklich? Super. Das ist Christine ein Jahr nach Knight Rider 1983 von dem großenartigen Horrormeister John Carpenter und es ist eine absolut geile Szene. Es ist ja auch eine Buchverfilmung von Stephen King. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Es ist so eine geile Szene. Wenn du den Film nicht gesehen hast, guck dir wenigstens mal die Szene an. Ich weiß, du bist nicht so der große Horror-Fan, aber ich dachte vielleicht, weil du ein Auto-Enthusiast bist und auch gerne Bücher liest, ich weiß nicht, dann ist das vielleicht ein netter Hybrid, den man sich angucken kann. Und wenn nicht, ich schicke dir nur die Szene. Aber es ist so eine goldige, wunderschöne Szene, auch musikalisch, so wunderschön bemalt. Ich bekomme, also das ist eine Szene, wo ich tatsächlich dieses, dieses, äh, Ejakulation, nein, Quatsch, aber ein wohliges Gefühl, das ist wirklich Kunst. Das ist einfach nur geile Kunst. Warum bin ich ein Auto-Enthusiast? Bin ich gar nicht. Ich kann mit Autos, ich kann Autos, ich liebe Kit, ich liebe den General Lee aus Dukes of Hazzard und ich liebe meinen kleinen schwarzen Peugeot. Aber ich habe null Ahnung von Autos, ich habe wirklich null Ahnung. Okay. Ne, ich habe den Eindruck bekommen, dass du zumindest irgendwie ein Fan bist von Geschichten, wo irgendwie ein motorisierter Vehikel mit dabei sind. dass du darauf immer leicht, das ist wahr, das ist wahr. Ja, oder dann so rum, dann habe ich das jetzt im Auto-Enthusiast ein bisschen, weil es zu konkret, aber ja, du liebst irgendwie Motoren. Ich liebe die Fortbewegung. Ich liebe die Fortbewegung. die mechanische Fortbewegung. Genau, absolut. Genau, das war's. Ne, das war's. Christine von John Carpenter Empfehlung. Ich hätte noch gedacht, du kommst mit Dudu oder sowas. Kennst du Dudu? Nö. Du kennst Herbie? Nö. Du kennst die Herbie-Filme nicht? Herbie? Du kennst Herbie nicht? Ich kenn Herbie und ich kenn Herbie. Aber Herbie? Okay, Sergej, du hast eine Wissensluke und die klafft größer als der Grand Canyon. Herbie, der Lovebug, das sind Disney-Filme gewesen, über einen VW-Käfer. Ach so, warte mal, die die kenne ich? Ein toller Käfer. Ich kenne das Bild, ich weiß, ich hätte den Namen nicht mehr gekannt, aber ich weiß, es gibt Disney-Filme mit einem VW-Käfer. Rot-Weiß ist der, ne? Du kennst, musst du kennst. Sind das die mit Kurt Russell? Nee. Was ist Kurt Russell? Was? Kurt Russell hat früher in einigen Disney-Filmen mitgespielt. Nee, 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 nee. Das war ein anderer Darsteller. Aber die haben sich auch ein bisschen abgewechselt irgendwann mal. Es gab so... Und ich weiß, es gibt auch irgendeinen VW-Käfer-Film mit Bruce Campbell, aber wahrscheinlich ist es nicht das. Es ist jedenfalls, es gibt vier Hobby-Filme, dann kam später noch ein Nachzügel in den 2000er-Jahren mit der Lindsay Lohan. Da hat auch Kit übrigens einen Gastauftritt. Ganz süß. Wie er Herbie dated. Sehr süß. Und dann gab es noch Doodoo. Doodoo ist die deutsche Version eines Nightrider-Herbie-Gemischs. Das ist irgendwie die Doodoo-Filmreihe. Ich lese es dir kurz vor von Wikipedia. Hör raus. Name einer deutschen Kinofilmreihe aus fünf Filmen zwischen 1971 und 1978 entstanden. Und zwar, Doodoo, der kann auch nicht sprechen, aber es ist auch so ein Auto voller Tools und sein Fahrer heisst Jimmy Bondi. Richtig, Jimmy Bondi. Merkst du was? Und das sind einfach so, keine Ahnung, wie man das nennen soll. Jimmy Bondi. Klingt ja fast so niedlich wie James Bond Junior. Ja, genau, es geht in diese Richtung. Ich habe die Filme nur als Kind mal irgendwie so halbwegs gesehen auf ProSieben oder sowas. Und man kann sich das ganz anschauen. Es ist ganz spaßig, aber man erwartet eigentlich einen Herbie oder einen Kit und bekommt dann halt den Doodoo. Aber ich suche noch nach einer günstigen DVD-Box und ich will mir das mal geben. Du darfst es dir gerne geben. Ich werde... Du wirst verzichten. So viel zum Nachholen, eins nach dem anderen. Aber vielleicht wird es ja dann zur Herzensangelegenheit. Aber ganz krass, was ich für neue Dinge jetzt in diesem Podcast gelernt habe. MI6 und Herbie. Also da kommt einiges zusammen. Also ganz ehrlich, die Herbie-Filme, die musst du gesehen haben. Das ist wirklich... Also ich weiß, ich weiß um die Existenz dieser Filme. Ich weiß, dass da ein roter, weißer VW-Käfer drin mitspielt, aber ich habe das irgendwie nie so bewusst aktiv geguckt. Dann hast du was nachzuholen, die Herbie-Filme viermal. Hast du... Bist du Disney Plus jünger? Äh, nee, noch gar nicht. Wenn du es damals sein wirst, wenn dein Sohn jemand sagt, Papa, ich will Disney Plus sehen, dann findest du da auch die Herbie-Filme. Ich glaube, ich werde mit dem erst erst mal die Taran oder Zauberkessel gucken und all die Sachen, die zu düster sind, damals bei Disney, diesen Kram. Oder das schwarze Loch. Disney hat ja so viele so kleine, dunkle, schwarze, kleine Perlen, die irgendwie damals für die Kinder eigentlich zu düster waren, aber die haben es trotzdem produziert. Ich glaube, auf den Scheiß habe ich Bock. Absolut, absolut. Aber dann noch mal noch. Oder hier Oz, ich habe so eine Fortsetzung von Zauberer von Oz von 85, glaube ich, auch von Disney, die habe ich auf meiner Watchlist schon. Die will ich sehen. Ah, großartig. Sehr, sehr schön. Ey, da können wir einen ganzen Podcast davon filmen, von dem ganzen Kram. Absolut, absolut. Das Schöne ist, wir müssen uns ja nicht unbedingt dem Actionfilm widmen, weil wir haben ja so einen leichten, ich meine, die Schwelle ist ganz, ganz übergreifend oder die Übergang ist ganz fließend zu Retro-Kram und Männer-Themen. Da können wir bestimmt noch was einpacken hier. Vielleicht müssen wir uns umbenennen in den Männerfilm-Podcast oder so. Den Männerfilm-Podcast, ja. Ja, wir wissen ja auch, wir haben ja im Forum, in unserem Liquid Lore Forum, haben wir auch den sonstiges Bereich, wo alle möglichen Filme abgesprochen werden. Hauptsache, da spielt irgendeiner von unseren Actionstars mit, die in unsere Hall of Fame mit verwiesen sind. Und wir wissen, unsere Hall of Fame ist die einzige, die Rang und Namen und Wert hat und Aussagekraft hat. Absolut, absolut. Da sind auch großartige Namen dabei wie Craig R. Bugsley und George Punk-Cosmatos, all die Namen, die man kennen muss. Da wird noch Filme wie Mulan besprochen, zum Beispiel. Mulan wird auch besprochen. Warum? Weil Donnie Yen mitspielt. Absolut, absolut. Ach ja, ist das herrlich. Aber das sind alles Geschichten für eine andere Fahrt. Absolut. Du warst nicht Jet Li? Ich war nicht Jet Li? Nee, in Mulan war es nicht Jet Li. War es Donnie Yen? Ach so. Nee, ich bin nicht Jet Li, in Mulan war es auch nicht Jet Li. Das war Donnie Yen. Nee, das war, nee, das ist Jet Li. Hä? Nee, das ist Jet Li. Jet Li, also... Du redest jetzt vom aktuellsten Mulan, der letztes Jahr rauskam und ordentlich Social-Mediamäßig auf den Arsch bekommen hat. Ja, Jet Li spielt da den chinesischen Kaiser, mein Freund. Okay, dann habe ich das nicht verstanden. Donnie Yen spielt den Kommandant Tung. Aber ich habe den Film auch noch nicht gesehen. Ja, ich boykottiere den ehrlich gesagt. Ich will den nicht sehen. Ich auch, ich will den auch nicht sehen, ganz klar. Abgesehen davon muss ich mal den Original-Mulan gucken. Ja, das ist mir genau das Gleiche. Ja, ich würde lieber den schauen als diesen neuen Teil hier. Ey, das ist auch schlimm. Ich weiß so viel über Mulan. Ich weiß, wie die Synchronspecher alle. Ich weiß, Otto Walges hat den Drachen gesprochen. Im Original war es Jackie Chan, der auch irgendwie das Film gesungen hat. Aber ich habe den nie geguckt. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Naja. Jo. Das sind alles Themen für ein andermal. Wunderbar, Sergei. Wunderbar. Aber bis dahin, ich habe mich gefreut. Dominik, wir sprechen ja etwas seltener die letzten Zeit, aber es ist umso herzlicher und spaßiger. Die Qualität ist großartig. Die Qualität ist großartig. Da, also ich, ich bin von Rennfahrer Azubi zu Rennfahrer fortgeschrittenen Sergei aufgestiegen. Hoffe ich doch. Ich weiß jetzt auf jeden Fall mehr. Und der Dominik bleibt der Spezialagent, der schon immer gewesen ist. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Und wir hören uns schon sehr bald wieder zu einem, wollen wir es anteasern, unsere kleinen Projekte, die wir noch... Wir können mal sagen, dass wir uns auf ein besseres Morgen freuen. Wir freuen uns auf einen besseren Morgen. Genau. Und zwar nicht nur wir beide. Nicht nur wir beide, ja. Genau. Mehr sagen wir jetzt aber nicht dazu. Mehr sagen wir nicht. Damit, damit, damit verabschieden wir uns und wir wünschen euch eine schöne Restfahrt im Auto. Absolut. Servus. Tschau und reingehauen. Tschau. Musik. 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 Untertitelung. BR 2018